Hallo, hallo, hallo. Ich bin wieder zurück. Und wir spielen heute wieder Gothic 1. Aber irgendwie ist das Wetter kacke. Deswegen gehen wir nochmal schlafen. Wat gate. So. Schlafen wir bis mittags. So, ich muss mal eben kurz gucken, ob der Stream sieht gut aus. Sound ist auch da. Spielton ist da. Sieht alles gut aus. So, jetzt muss ich erstmal rausfinden, was wir machen wollen. Okay. Das haben wir. Äh, der Magischmeier und der Zeit im Hintersehen. Wir haben nichts mit dem, was er mal jetzt ist. Und dann verlangt er von mir. Suche nach dem Ulumulu. Ah, mir fehlt hier nur noch der Troll. Okay. Teleport Plattform. Okay. Dann sprechen wir mal mit Horatio oder so, wie der auch immer heißt. Und... Ich glaube... Ja, ich hab einen kranken Mangel an Tränken. Verdammt. Ja, das war so eine Sache, die hätte ich mal vorher machen sollen. Also, bevor ich irgendwie in ein anderes Kapitel geswitcht hab. Was passiert hier? Hi. Wir können... Was hast du denn... Was hast du denn... Oh. Okay. Ich glaube, hier wird leider keine Maus angezeigt, aber Ruin von Kalstoru. Da, also oben rechts auf der Map können wir hin. Ups. Dann kicken wir da mal. So. Dann müssen wir da lang. Ach ja, und weil wir Kochen auch nicht so weit gemacht haben, ist Kochen natürlich auch nicht so gut, dass ich da bessere Sachen bekomme. Ja. Oh. Nee. Gott. Ich wollte gerade sagen, warum mache ich? So. Oh. Ich kriege von den Blutfliegen Stacheln. Okay. Und was für Level haben wir? Okay. 24 und wir haben noch 10 Lärmepunkte. Oh. Lederbeutel. So. 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 Ist Milton noch da? Nee, Milton ist nicht mehr da. Obwohl, der könnte da in der Höhle sein, oder? Nee, da vorne steht er. Sprechen wir einmal mit dem. Ah, der hat nichts zu sagen. Okay. Ja, das war nicht so hilfreich. Da wollen wir lieber hier lang. Ja, nach wie vor ist das hier echt eher ein Laufsimulator als alles andere. Und ich habe noch was gelesen, da dachte ich mir, what the fuck? Ähm, anscheinend hat, ähm, wie heißt das gleich noch, hat der Mod-Entwickler die Runensteine für Teleportation entfernt. Das heißt, ähm, kein Wunder, dass ich keine gefunden habe. Man muss wirklich die, äh, Zauberrollen kaufen. So. So. Was sind das hier für Viecher? Das sind keine Snapper. Sind das... Doch, das sind Snapper. Okay. Ah, hier sind Snacks. Ich dachte, hier wäre noch ein Troll gewesen. Dann müssen wir oben bei dem Räuberlager, glaube ich, mal gucken. Und so. Hier ist auch nichts weiter gewesen. Nee, okay. So. Dann müssen wir jetzt fast den gesamten Weg wieder zurück. Da oben könnten wir noch einmal gucken, ob das ein Teleporter war. Ach nee, das war nur die Plattform zum Halten. Okay. Okay. Oh. Ja, und das geht dann noch. So. Aber bei uns ist das gerade irgendwie 28 oder 29 Grad. Also das ist auch schon wieder... Oh. Ekelhaft. Oh mein Gott. Okay, dann lassen wir das hier einmal. Und nehmen den normalen Weg. Okay. Das war's für heute. Dann kämpfen wir ja trotzdem noch mal gegen die Blutfliegen. Dann kämpfen wir ja trotzdem noch mal gegen die Blutfliegen. Okay. Haben wir noch irgendwas zu essen? Okay. Nope. Okay. 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 Vielleicht ist da oben, wo der eine Troll war, noch ein weiterer Troll. Sonst fällt mir gerade nicht ein, wo ein Troll sein könnte. Hm. Sonst muss ich mal googeln, wo denn so ein Troll sein könnte. Was kann ich mir gern, wenn du zu mir? Okay. Das heißt, wir gehen jetzt gleich da hoch und gucken da mal. Sonst fällt mir auch nichts mehr ein und ich hoffe nicht, dass war der Baby-Troll, der da plötzlich aufgetaucht ist. das wär hart kacke. so, nochmal ein paar Scavenger. So. So. Krallen. Nice. Ja, da ist ein Troll. Hab ich noch einen Verkleinerungszauber? Ja, da ist ein Troll. Hm. Ja, da ist ein Troll. Das wird ja lange dauern, weil wir den richtig schön straggern können. Okay. Ist das bescheuert? Okay. 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 Oh. Hm. Okay. Oh mein Gott. Trollhauer 2. So, jetzt müssen wir zurück zu... Nicht Dämonen, Wassermagier. Dann können wir da ne Runde schlafen. Und holen uns das Ulumulu gleich von Torek oder wie der auch immer heißt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hm. Können wir uns eben nochmal ein bisschen stärker machen. Hi. Ich will stärker werden. 81 Stöcker ist schon ordentlich. So. So. Oh, ich muss noch was aktivieren. Kleinen Moment. So. Das an, das an. Das alles an. Fertig. Es mal wieder, was weiß ich nicht. Aber kein Stopp. Oh Gott, was dun nom Währst mich schon vor travail Um das Und das wo hin Okay. So, in der neuen Mine sollten wir dann auch, ähm, ja, den Ork finden, genau. Und mit dem Ork können wir dann das Ulumulu herstellen und dann können wir, glaube ich, in die Stadt. Oh. Ich hörte dich kämpfen, dein Alter wird gut. Hi. Alles ruhig. Es kann nicht mehr lange dauern, bis so lange werde ich hier. Okay. Lass mich mal vorbei. Also, jetzt wieder runterklettern. Oh, den muss ich dann noch ausnehmen, wenn der da noch rumliegt. Okay, der hat nichts mehr. Ich muss weg. So. Ich habe alle Teile für das Ulumulu zusammen. Fremder seien starker Krieger. Geben Teile. Tarok machen Ulumulu. Hier. Fremder tragen Ulumulu mit. Okay. 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 Okay, dann versuchen wir mal in den Schläfer-Tempel vorzudringen. Dafür müssen wir ja in die Ork-Stadt. Kommen wir da am besten von Sartras aus hin. Gucken wir da gleich mal. Okay. 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 Kapitel 5. Okay. Bis. Lass mich mal vorbei. Okay. Lass mich mal vorbei. Da haben wir noch. 26 Minuten Stream. Schon in Kapitel 5 ist es geschafft. Okay, wer ist das da oben? Dann würde ich gerne einmal mit dem sprechen. Ist das Cord? Ja. Okay, dann gucken wir nochmal im Neuenlager uns die Leute an. Das ist kein Geheimnis. Was? Ich muss gehen. Was kann... Ich... So. Warum... Ich möchte... Schade. Gucken wir mal bei Marvin. Streitkomm, Streitachs, Beil. Oh. 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 Hallo, hallo, hallo. Hallo, Lala. Na, was geht? Amulett der Stärke, oder? Warm schwitzen und duschen eiskalt. Oh ja, das habe ich heute auch gemacht. Oh, ich glaube, ich nehme das hier. Amulett der Erzhaut. Und wie ist es dir die Woche über ergangen? Amulett der Erhaut. Amulett der Erhaut. Was hast du... Amulett der Erhaut. Amulett der Erhaut. Amulett der Erhaut. Hier kann man sowas nicht machen. Erstmal abwarten. Amulett der Erhaut. So. Ganz gut. Super. Meine Tage waren auch mega. Sehr viel Essen. Sehr viel unterwegs. Und sehr warm. Was echt ekelhaft war. Aber sonst war echt nice, muss ich sagen. Hey du. Genau das habe ich auch gesagt. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Rüstung. Okay. So. Und dann gucken wir mal hier bei Riodian. Machen. Zeig mir. Oh. Erdränke. Nice. Das ist gut sein. Kein Interesse. So. Schön. Feierabend von dir. Äh. Und nein. Leider weiß ich noch nicht die Uhrzeit von dem 1.0 Update. Ich hoffe morgens früh irgendwann. Weil dann kann ich abends einfach direkt zocken. Ja. Aber mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall. Ich hatte mir noch mal den einen Trailer angeguckt. mit so ein paar Sachen und das sah auch schon echt nice aus. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Oh. Alles zweihändig. Das Kruschbucht. So. Ach. So. Wie weit bist du? Ich habe endlich einen Weg. Das heißt die Rüstung. Ja, Mann. Hier ist sie. Danke. Ach, ist schon in Ordnung. So. Also. Oh. Sieht die Kacke aus, aber okay. Oh. 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 Okay. So, dann kann ich hier drüben noch mit Sharky sprechen, glaube ich. Oh ja, wir fangen neu an. Ich habe das, wie gesagt, vor zwei oder drei Jahren gespielt. Und deswegen wollte ich dann einmal komplett alles neu machen. Und da sind halt sehr viele Sachen dazu gekommen und ich glaube, das macht dann ganz Sinn. Ich habe mal meinen alten Spielstand geladen und da sind irgendwie in Phase... Oder Stufe 4, 5 und 6 haben sich neue Sachen aufgetan. Also denke ich mal, dass ich da echt viel in den einzelnen Updates noch verpasst habe, weswegen das dann einfach Sinn macht. So, ist diese... Ist das eine Zweihandwaffe? Okay. Dann gehen wir... Ja. Also da bin ich sehr gespannt, muss ich wirklich sagen, weil... Alles, was sie da geschrieben haben und dass sie da noch einige Rezepte geändert haben und, und, und. Also ich glaube, das wird richtig gut und nochmal eine richtig geile neue Erfahrung. Einige Sachen müssen Mani und ich dann natürlich vorher noch irgendwie absprechen. Ähm, aber das sind so Kleinigkeiten wie, äh, dass wir dasselbe bauen verwenden und, und, und. Dass man dann zum Beispiel, ähm, die entfernten Bases miteinander verbinden kann oder sowas. Also, dass alles im selben Grid ausgelegt ist oder sowas. Äh, wie gesagt, muss man gucken. So, was, wie viel Zauber habe ich denn noch? Die... Okay, das reicht ja erstmal. Man? Ja. Ready? Das geht ja erstmal. Bye. 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 So, Schleifstein. Oh, man braucht Blut-Erz-Schmieden. Schade. Ja, fünf Jahre Early Access, ne? Das ist, ähm, schon mal wieder ein bisschen was. Talent für Schmieden nicht ausreichend. Ach, verdammt. Also, wie hatten sie geschrieben? Acht Jahre Entwicklung, vier Jahre, äh, fünf Jahre Early Access. Ach. Und hattest du bei Planet Crofter das DLC gesehen? Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Ja, das passiert mir nicht. Oh, dann guck mal. Die haben da was angekündigt mit dem, äh, Rover-Update zusammen. Ein komplett neuer Planet. Aber ich weiß nicht, ob du vom Hauptspiel ins DLC reinfliegen kannst oder du am Anfang dann den Planeten auswählen musst. Oh, ja, 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 ja. Aber wenn das rauskommt, dann werde ich da definitiv einmal reingucken. So, hier war doch einer von unseren Verkäufern, oder? Calvador, der war nett. Und Scorpio hatte was zu verkaufen, genau. Ja, ich denke mal, das wird irgendwas so bei 13, 15 Euro kosten. Und so viel Spaß und Zeit ich in Planet Croft da verbracht habe, finde ich das für mich angemessen. Und der Kriegshammer. Neue Schwerter gibt es nicht. Todbringer. Ja, aber... Jetzt stell dir mal vor, wie viel du dabei rumbekommen hast. Also, pro Euro gesehen. Also, da kann man absolut nicht meckern bei dem, was du dabei bekommen hast. Finde ich zumindest. Warum... Ich möchte... ... Das ist ja auch einiges Gamer. Oh, was war es? Es war es, war es war es. Du bist so, ein bisschen... Du bist so, ein bisschen. Du bist so. Ich weiß es, wie es hier ist. obwohl ich kann ja ja das meine ich halt und da jetzt mal ganz ehrlich da gibt man doch dann gerne geld noch mal extra für den entwickler aus oder also das wäre für mich zum beispiel auch ein fall wo ich dann würden die für fünf oder zehn euro skins anbieten würde ich mir dann auf jeden fall ein oder zwei kaufen einfach nur um noch mal so ein dankeschön für den spiel spaß zu geben das muss man sich mal vorstellen was bekommst du für 16 euro außerhalb von spielen was die ja über 4000 stunden spiel spaß gibt oder spaß einfach gibt so oft kannst du ja noch nicht mal ein buch lesen also ja deswegen ja vielleicht irgendwie ein brett spiel oder sowas na was du dann ganz viel spielst oder ein blog mit dem du dn d geschichten schreibst das könnte ich mir noch vorstellen aber sonst fällt mir da nichts großartiges ein ich oder ich Das war's. 2.0. Haben die da irgendwelche großen Veränderungen schon angekündigt? 2.0. 3. 4. 5. 11. 11. 11. 12. 16. 16. 16. Okay, schade. Das wäre noch mal interessant gewesen. Ich möchte... Nein, lass mal stecken. Und wir haben unser Ziel nie aus den Augen verloren. Und haben nicht aufgegeben, den Schläfer zu rufen. Ich möchte... Ich möchte... Ich möchte... Ich möchte... Oh Gott. Ich möchte... Ich möchte... Die richtige Entscheidung. Wegen Sprachkurs, da kann ich von Kollegen her die App Bubble empfehlen. Damit haben die Englisch gelernt. Also nicht Englisch gelernt, sondern andere Sprachen gelernt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aber was cool ist, hattest du gesehen, dass die bei Satisfactory mit dem letzten Update Erfolge hinzugebracht haben? Also ich glaube, das ist erstmal für die 1.0, aber trotzdem. Also es gibt jetzt, ich glaube, 45 Erfolge. So, und jetzt haben wir das Ulu Mulu ausgerüstet. Und eigentlich dürften die jetzt nichts machen. Nice. So, greifen wir uns die Orkhunde an? Ich hoffe nicht. Nee. Doch. Doch. Wie ist das, Dota? Verdammt. Okay, darauf habe ich ja mal keine Lust. Oh. Okay. 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 Dann, ich glaube hier geht es dann lang zum Ork, zur Orkstadt. Oh, nein. Okay. Okay. Und was sagt denn Urschuk? Hm. Der ist nicht mehr da. Nee, den Link habe ich nicht. Das war direkt in der Update-Meldung von Steam. Also da gab es irgendwie noch zwei Wochen bis Satisfactory. Und da war ein Video hinterlegt. Okay. Okay. So, dann gucken wir mal was Satras zu sagen hat. Was? Ich suche was. Gar nichts. Okay. Oh. Ich werde mich verlieren. Danke für den Follow-Holo-Fat. Ola-Fat. Haha. Moin Moin. Wir spielen Gothic 1. Was denke ich mal sehr offensichtlich ist. Und ja, sind jetzt endlich im fünften Kapitel angekommen. So, mal gucken ob ich von hier aus in die Orkstadt komme. Ich glaube nämlich, ich habe mich hart verlaufen. Aber ich könnte mal eben was essen. Nein, einer. Wer hat er? Ich meine meine. Ich États-Naschen. Ich schwöre die. Ich vermute den Moment. Ich geh, was das zu sehen? Oh oh So Oh oh Äh Hallo Freunde Äh Ich bin neu hier Sorry Greifen die Die hier an Hilfe Oh Gott Oh Gott sein Dank Also ich bin mal gespannt was der Lift für Aufgaben hat dann in 1.0 Ja ich bin auch gespannt Ich vermute eigentlich nur dass du Äh wie vorher auch einfach nur Sachen holen kannst Also hochschicken kannst und runter Äh Ne runterschicken bin ich mir unsicher Aber auf jeden Fall hochschicken Ja und dann mal gucken Hochschicken kannst du ja jetzt schon die ganze Zeit ne Also ja dann bin ich gespannt was Äh ob man auch Sachen runter Also anfordern kann irgendwie Außer das aus dem Äh Kiosk was eigentlich nur Kram ist zum Äh Dekorieren Oh was befürchtest du denn Schön Okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So. Zu fest und zum Kastell. Okay. Oh Gott. Diese blöden Orkunde. Ja. Ähm. Dass sie da ein Raumschiff bauen und du dann an anderen Planeten fliegen kannst. Äh, jo. Viel Spaß dir. Die, uh... Oh. So. Ist das Urschuk? Urschuk grüßen, Freund. Oh, nice. Wie geht es dir, mein Freund? Urschuk seien gesund. Urschuk suchen eigenes Ulu Mulu. Vielleicht Urschuk geht Heimat mit eigenes Ulu Mulu. Freund kommen, wenn brauchen Hilfe. Pass auf dich auf. Was machst du hier so nah am Dorf? Urschuk beobachten Brüder in Heimat. Urschuk glauben, Krushuk bald aufwachen. Urschuk hier warten und kämpfen gegen Krushuk, wenn erwacht. Der Schläfer wird bald erwachen? Ich hoffe, du liegst falsch. Bei allem, was ich bisher über diesen Erzdämonen gehört habe, ist er mir schlafend bedeutend lieber. Bei unserem letzten Treffen erzähltest du, dass deine Brüder den Tempel verschlossen haben. Brüder von Urschuk haben verschlossen Tempel in Erde. Sehr gut. Freund nicht können gehen hinein. Freund müssen benutzen Zauber von Brüdern. Die seien Söhne von Geist wie Urschuk. Wo finde ich diesen Zauber? Müssen gehen in Höhle von Brüdern. Die seien Söhne von Geist wie Urschuk. Aber Freunde müssen aufpassen, wenn wir Nutzen Zauber. Brüder von Urschuk nicht mögen. Ulumulu nicht helfen, wenn Freund benutzen Zauber. Freund müssen nehmen Figur von großer Säule. Figur öffnen Tor zu Tempelhalle. Okay. Wow. 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 Und wie kommen wir da jetzt rein? Ach, da ist eine Winde. Alter, sind hier viele Orks. Okay. Was ist denn hier unten? Eine Truhe. Okay. Okay, was ist denn hier? Rachestahl. Okay. Crush Akash. Okay Das hat nichts gebracht Dann gucken wir hier nochmal weiter Okay Er bewegt sich keine Haaresbreite Dann gucken wir hier hinten nochmal rein Weil ich würde dann Wahrscheinlich einmal Telekinese einsetzen Verwandlung zum Orkund Orkischer Teleportzauber Okay Leere Rune Und hier unten ist Drachenwurzel Starke Heiltrangle Eichenblatt Okay Also Entweder kann ich mich teleportieren Oder die Orkstatue klauen Oder die Verwandtung zum Ork-Hund Ah Okay Hi Willkommen zurück Krushkarok So Der Ork-Tempel Ich weiß nicht, ob Das probieren wir vorher nochmal aus Ob Das ausreicht Joa Das war ja zum Glück Nicht so laut Also doch, es war sehr laut Was ist das Okay Obwohl dieser Bereich hier das eigentlich kürzeste ist, was ich gespielt habe Also Das ist von der Erinnerung her Gefühlt das weiteste weg Aber Es müsste eigentlich das nächste dran sein Weil man hier relativ am Schluss unterwegs ist Aber ich kann mich hier dran nicht entsinnen Oh Also gegen Untote muss man Uh oh Gut, gut, gut. Gut, gut. Echt nicht? Ah, das ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Ja, Risen habe ich auch gespielt. Das ist ja von den... ...selben Machern. Ja, Risen. ...selben Machern. Wie fandest du... ...Elex? Also Risen fand ich auch mega nice. Ja, Risen. Hm. Ich habe vor ein paar Wochen gekauft, weil ich mir kein Urteil bin. Okay. Da bin ich mal gespannt auf deine Meinung. Ich bin... ...und... 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 Risen oder Elex? Puh. Ist aber der zweite Teil. Ja. Ja. Also das Gute ist, das Spiel ist unabhängig, habe ich das Gefühl. Also du kannst einfach eins von beiden spielen. Ja. 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 Guck mal hier. Also der zweite Teil, muss ich leider sagen, der hat mich noch weniger abgeholt als der erste Teil. Und beide Teile habe ich nicht durchgespielt. Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Äh, und wie komm ich jetzt hier weiter? Oh. Ich denk mal da lang. Oder? Nee. Oh. Dreikreis E. Ah. Das war's für heute. Das war's für heute. So, was ist das hier? Ah, wieder eine Zweihandwaffe. Eine zweite Blutschneide, okay. Das war's für heute. So, war das hier nicht? Oh. Okay. Damit werde ich wahrscheinlich gestorben sein. So, was ist das? So, was ist das? Verdammt. Verdammt. Das war auch nichts. Und wieso schieße ich denn vorbei? So, was ist das? Oh, das war's für heute. So, was ist das? Okay, laufen wir erstmal hier unten lang und lassen das erstmal mit dem Magier, weil das ist gerade nicht so feierlich. Oh Gott. Oh Gott. Oh. 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 machen die so hardcore Schaden bei mir? Drei Schläge und ich bin down. Rüstungsschutz. 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 Wow. So, ist das hier eigentlich Schutz vor Waffen und Fallen? So, hör mal. So, hör mal. So. Und dann testen wir das nochmal. Also es war Reieck. Oh. Also wohl das nicht. Okay. 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 Verdammt sein wirst du Okay Ähm... Wo funktioniert das? Ein Ungläubiger im Hort des Meisten. Verdammt sein. Verdammt sein. Der Weg in der Nähe des Meisten. Ansonsten im Hort des Meisten. Er ist eine Worte der Worte. Er ist ein Worte der Worte. Er ist ein Worte. Ja. Ich glaube... Da ich nur mit Quick Save gearbeitet habe, bin ich hier jetzt relativ hart am Arsch. Ok. Dann müssen wir uns hier rausscheaten. Ah. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, dann sind wir da jetzt einmal durch. Auch nur, weil ich es verkackt habe und ich nicht das komplette Spiel neu spielen wollte. Okay. 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 Alter, warum ist denn das? Oha. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay... Sterblicher! Deine Reise endet hier bei mir! Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise, verfaultes Madenparadies! Untertitelung des ZDF, 2020 Okay... 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 Das war's für heute. Okay. Äh, ja. Okay. 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 Dann gucken wir mal oben durch die Tür. Aber ich vermute, hier werde ich auch einfach stumm sterben. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann brauchen wir ein paar Tränke. So, dann brauchen wir ein paar Tränke. So, dann brauchen wir ein paar Tränke. So, ich will mal eben gucken. Classic 1, was tun im Schlefertempel. Cossack 1, Schamanen töten sofort. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe keine Ahnung, ich werde jetzt mal ein bisschen rum experimentieren Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und so, bei dem anderen, wie macht der das denn? Untertitelung des ZDF, 2020 Und so, bei dem anderen, wie macht der das denn? Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Ähm Dann kicken wir mal weiter Und zwar hat der folgendes gemacht Sterblicher Und so, bei dem anderen, wie macht der das denn? Und so, bei dem anderen, wie macht der das denn? Das war's. Hm. Das war's. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ich werde dich aufhören. Oh Gott. Obwohl dann nicht jetzt. Also bevor das hier maximaler Abfuck wird. So. Oh Gott. Okay, das war ein Ring der Erleuchtung. 7, 8. Ich bin jetzt echt gespannt, wie gut das klappt. Sonst, wie gesagt, hau ich da einfach den Kill rein. Darauf habe ich so keinen Bock. Weil im Originalspiel kannst du die einfach umkloppen und dann war es das. Und dann einfach den Leuten einen Todeshauch anzudrehen. Ähm, das ist ein bisschen, uff. Ja. Also das würde ich als Hardcore, ähm, negativ den ganzen Kirchen empfinden. Da würde ich auch sagen, da ist jeder frei zu sheeten. Weil das ist echt uff. Also das würde ich sagen, da ist das, dass jeder frei zu tun. Und dann würde ich auch sagen, da ist das. Okay, da ist das. Okay, da ist das. Das war's für heute. So funktioniert das. Wenn ich den einfach im... So. Alter. 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 Willkommen zurück. Alter Schwede. Also, ich habe ein paar Sachen geholt und anscheinend ist das ein Ding der, wie heißt das gleich noch, der Edition hier. Also, dadurch, dass das ein Modset ist, können wir diese Ork-Schamanen, eigentlich können wir die so töten, aber da die... Also, es ist ein... Die haben den Todeshauch. Normalerweise kannst du die einfach mit Schwertern so killen und da passiert nichts. Tipp aus dem Forum ist, das Ulumulu tragen und die dann einfach zu schießen. Was ein bisschen sinnbefreit ist. Aber es gibt nichts weiteres dazu zu finden, außer... Beschwörenden Golem. Und friere den ein. Und das ist so ein bisschen nervig. Also, ich bin am überlegen, die gleich mit Kill zu töten, weil auch die Videos, die ich dazu gesehen habe, alle normalen Videos sind... Ja, die funktionieren einfach und die werden relativ easy gekillt. Also, wie du siehst, es läuft super. Also, die Überlebung ist wirklich gleich, den einfach mit dem Killbefehl zu töten und fertig, weil das... Darauf habe ich keinen Bock, hier irgendwie die zu cheesen oder sowas. Ja, komm. Ich mache mir das da einfach und kill die, weil ich... Es gibt nirgendwo eine andere Anleitung dazu. Ich kann nochmal eben das Forum durchblättern, ob es hier noch was gibt, aber... Es gibt nirgendwo... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. Alter, wie knapp. Das könnten wir noch mal ausprobieren. Ein Ungläubiger im Hort des Meisters. Verdammnis über dich. Entschuldigung. Nice, 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 nice. Das hat mega geklappt. What's the hell? Cool. Super. Dann können wir auch noch die anderen machen. Wie viele Zauber habe ich denn noch von 20? Reicht. Oh. What in der Hölle, ey. So. Das will ich jetzt noch mal aufzeichnen. Moment. So. Freunde, in Gothic 1 gibt es diese Untoten. Im Normalspiel kannst du die einfach umkloppen. Nicht hier. Sobald man die einmal angreift, wirken die den Todeshauch und du bist sofort tot. Die Lösung, die ich jetzt gefunden habe, dank Internet und Testerei war, den mit Eisblock einzufrieren, schnell die Waffe zu wechseln und dann schnell drauf klatschen. Bis wir dann die 1000 Leben abgezogen haben. Ohne, dass der auftaut. Und dadurch konnten wir den dann endlich besiegen. Ich glaube, ich habe hier eine Stunde lang dran rum experimentiert. Also. Ah. Und in der Normalversion kannst du die einfach umkloppen. Ich bin so heilfroh, dass das alles durch ist. Ich war wirklich ein Versuch davor zu sagen, okay, wir killen die einfach weg. Mit einem Killbefehl. Ich bin so heilfroh, dass das alles durch ist. Ich bin so heilfroh, dass das alles durch ist. Ich bin so heilfroh, dass das alles durch ist. Ah. Dann versuchen wir die jetzt. Das war... Ich bin so heilfroh. Okay, was ist das? Okay, was ist das? Okay. Okay, was ist das? Okay, also nochmal. Okay. 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 Wie komme ich jetzt hier raus? Okay. 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 Wie komme ich jetzt hier raus? Okay. 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 Ah-ha. So, ich hatte noch ein paar Tränke hier bekommen. Oh. Äh, wofür war der Schalter hier? Äh, passiert nix, okay. 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 Oh. Na komm, lauf weg. Gott sei Dank, den haben wir gekriegt. Den jetzt auch. Das Spiel kommt vor wie Dark Souls. Oh. 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 Ahhhhhhhhhh Alexiastärke 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 Okay, wo sind wir jetzt hier? Alexiastärke Verdammt Okay, aber Dann gucken wir mal hier hin Ich bin bei den Knochen Ich habe es nicht Ich habe es nicht Ich habe es nicht Ich habe es nicht Okay, da geht es anscheinend nicht lang. Oh, auch noch zwei. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nice. 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 So. Heldenscheide. Awww. Ah, so. Bin mal raus. Einen schönen Abend dir. Danke. Wünsche ich dir auch eine gute Nacht später. Und danke fürs Vorbeischauen. Und dann. Viel Spaß dir heute Abend noch. Ciao. Dankeschön. Treppe ist entstanden. Äh. Die Plattform ist entstanden. Ja. 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 War hier noch ein Skelett? Ja. 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 Oh Gott. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Nice. Okay. Okay. Irgendwie müssen wir noch da unten. Ah, vielleicht hier. Oh. Hä? Okay. Damit... Barbarenfaust. Zweihänder. Okay. 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 Dann gucken wir mal hier lang. Okay. So... Okay. Jetzt. Kass. Good. Hehehehe Untertitelung des ZDF, 2020 Oh. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Dann bin ich gerade falsch gelaufen, aber jetzt will ich da hinten mal gucken, weil wir haben ja jetzt vier Schwerter, vielleicht sind das diese vier Feuerschalen. Untertitelung. BR 2018 Na komm... Untertitelung. BR 2018 Oh. Untertitelung. BR 2018 Oh. 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 Das war's für heute. 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 Okay. Und wenn wir jetzt den anderen Schalter betätigen? Weil es sind ja trotzdem alle offen. Oder geht nur der Teil da nicht auf? Das war's für heute. Okay. 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 So. Okay. So. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Ah, ich sollte vielleicht vorher einmal einen Trank trinken. Vielleicht noch einen Trank trinken. Oder auch nicht. Oh, okay. So, ein 75er muss ja noch... Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay. 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 Was ist das da oben? Ach, da kann man dann runterfallen, okay. Hm. So. Oh, ich hab 41 Lernpunkte. Okay. Äh, lieber das Ulumulu anziehen. Umkehren musst du hier. Niemand darf die Ruhe meines Meisters stürmen. Irrtum. Dein Schläfer wird schon bald hellwach sein. Hey. Okay. 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 Okay, äh, kaputt gemacht? Okay, äh, kaputt gemacht? Verdammt, ich bewirke nicht den geringsten Schaden. Ich brauche eine andere... Nun wirst du sterben. Nichts wie weg hier. Ja, genau. Mit Todeshauch. Ist klar. Oh. 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 Verdammt, nichts wie Becky. Verdammt, ich bewirke nicht den geringsten Schaden. Ich brauche eine andere... So, nichts wie weg hier. Okay, dann haben wir das geschafft. Ja, genau, jetzt ist da ein Erzdämon oder was? Ja, genau. Woher kommen denn jetzt die Minecrawler? Na, Ben. Äh, nee, die haben sich zum Glück zurückgehalten, also meine zumindestens. Es gab einen Azubi, der hat den einen Tag ein wenig übertrieben. Aber der hat nach einem kurzen Gespräch mit seinen Mit-Azubis dann ganz schnell auf Wasser umgestiegen. Das war dann ganz gut. Das war schon zum Teil unangenehm. Ja, aber sonst, äh, war super, kann ich sagen. Und wie war deine Woche? Oh, sauber. Dann drücke ich da die Daumen, dass es durchgeht. Oh, oh. Nice. Nice. Das heißt, das läuft jetzt alles durch und du hast da keinen Stress mehr und kriegst hoffentlich eine neue CPU zugeschickt. Ich drücke dir die Daumen. Ich habe dieses seltsame Schwert hier gefunden. Zeig mal hier. Also, ich gehe mal davon aus, dass du da was Neues für bekommst, auf jeden Fall. Hier steht Uriziel. Ich habe schon von diesem Schwert gehört. Es ist eine Waffe aus alten Tagen, als die Menschheit noch jung war. Die Waffe ist aus einem völlig unbekannten Material geschmiedet. Auch über den Erschaffer steht nichts geschrieben. Angeblich soll diese Klinge unglaubliche Kräfte besessen haben. Aber ich kann keinerlei magische Aura feststellen. Uriziel besaß unglaubliche Kräfte. Es steht geschrieben, dass der Träger dieser Waffe die stärksten Panzerungen durchbohren und die mächtigsten Schutzzauber überwinden kann. Wie konnte diese mächtige Waffe in den Besitz der Orks gelangen? Es heißt, dass die Orks dieses Schwert damals einem mächtigen Feldherren der Menschen geraubt hatten. Sie konnten es zwar nicht benutzen, aber sie konnten es gut verstecken. Nicht gut genug. Schön wäre natürlich, wenn sie kein 5900X auf Lager haben. Ich nehme einen 5950 total selbstlos. Ich drücke dir die Daumen. Ich habe letztes Jahr 239 bezahlt. Dafür gibt es heute den 5950. Vielleicht hast du ja wirklich Glück als, ähm, wie sagt man noch, als Bonus für deine, ähm, Probleme, die du damit hattest. Kann man die damaligen Kräfte der Waffe wiederherstellen? Dafür würdest du eine sehr starke magische Energiequelle benötigen. In etwa so stark, dass man die magische Barriere damit sprengen könnte? In etwa. Außerdem wirst du eine sehr spezielle Zauberformel benötigen, die den Energietransfer vollbringen kann. Gib mir ein wenig Zeit und ich kann dir die magische Formel herstellen. Ich werde mich in der Zwischenzeit nach einer besseren Rüstung umsehen. Die paar zusammengeflickten Mindcrawler-Platten haben im unterirdischen Tempel einfach zu viel Liebe durchgelassen. Du solltest meinen alten Turm aufsuchen. Deinen alten Turm? Er versank bei einem dieser Beben in einem See im Osten. Die Turmspitzen ragen noch immer aus dem Wasser heraus. Dort lagern noch einige Artefakte. Ich hatte mir nie die Mühe gemacht, sie zu bergen. Wie gelange ich hinein? Ich war nach dem Beben nicht mehr dort. Du musst also selbst einen Weg hineinfinden. Aber nimm diesen Schlüssel. Er öffnet eine Truhe, in der ich besonders seltene Artefakte aufbewahrte. Moin, Peanut. Ach, die sind ihrem Geld auch nicht böse. Nee. Ich drück dir die Daumen, dass du da was extra für bekommst. Ich will meine magische... Oh, nee, will ich nicht. Unterricht. Unterricht damit. Vielleicht später. Ich suche was. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Verliere keine Zeit. Berichte mir, wenn du etwas... Oh, dann... Ich gehe stark davon aus, dass du da was bekommst. Also ich drücke dir da wirklich die Daumen. Und wir gehen jetzt einfach davon aus, dass das so funktionieren wird. Ich gehe entdecke mir. Ah, ähm, Zuschauer hat sich ein, äh, Ryzen 7 5950, äh, ne, 5900 für x Zeiten gekauft. Und hatte den jetzt, äh, vor drei Wochen in seinen PC eingebaut und der macht nur Probleme im Single-Core-Bereich. Also sobald der Single-Boost anhatte, war der kackenlangsam und, äh, schlechter als sein Laptop, muss man dazu sagen. Und er hat jetzt, ähm, ne Rücksendung bei, äh, AMD beauftragt und die ist jetzt erfolgreich durchgegangen. Der musste da mit dem Techniker, äh, ordentlich, äh, durchsprechen, was er da alles für Wege genutzt hat für die Reparatur. Und jetzt ist wohl Donnerstag das Versandetikett gekommen und, ähm, ich drücke ihm jetzt die Daumen dafür, dass er den, ähm, CPU, das, äh, AMD ein 5900x nicht mehr da hat und er dafür ein 5950x bekommt. Ähm, ja, das wäre schön. Und da drücke ich ihm die Daumen. Aber das Thema begleitet uns jetzt schon seit drei oder vier Wochen. Ja, Geld zurück wäre natürlich, äh, Oh, Tatsache, dass wenn der Single-Core-Boost enabled war, der, äh, Computer abgestürzt ist. Na, nicht der Zeitwert, der Neukaufwert. Dann, dann kann er sich nämlich den neuen, äh, CPU kaufen. Also den 5950 dann. Ja. 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 Antike Erzrüstung. Hm, nice. Äh, da noch mal gucken. Nervige Zombies. Die ist schon leer. Die ist auch leer. Okay, dann. Da. Gegner mit Asthma-Problemen, die kannst du echt nicht. Wie ich sehe, hast du die Erzrüstung gefunden? Ich habe sie in einer der Kisten im versunkenen Turm gefunden. Sie gehörte dem Feldherrn, der einst Oriziel in die Schlacht gegen die Orks führte. Ich hoffe, sie bringt mir mehr Glück als ihm. Hast du die magische Formel für das Aufladen von Oriziel fertiggestellt? Sie ist vollendet. Aber du wirst sie nicht alleine benutzen können. Warum nicht? Sie muss von einem Magier gesprochen werden, während du das Schwert mit der Kraftquelle in Berührung bringst. Dann werde ich mich nach Unterstützung umschauen müssen. Nimm die Formel an dich und gib der Waffe ihre alte Macht zurück. Du wirst sie brauchen. Ich werde mich jetzt verliere. Keine Zeit. So. So hört sich nach einem Strom... Moment. Oder in Tatsache... Den Zert hört sich nach einem Stromproblem. Nö, der war im Austausch gegen den 3900-Gesetz. Okay, dann ist der Zielgeruf vielleicht aber nicht so drin. Er kann nicht über 4600 bevor er abstürzt und abstürzt. Ist er bei Videos schauen ohne Last. Also bei Spielen und bei Prim. Also wirklich alles gemacht. Einschließlich Leistung des Nails-Teils auf typisch umgestellt. Mit zwei RAM-Kids mit und ohne XMP. Ja, also deswegen hatte ich auch schon vorher gesagt. Ich hätte das schon längst zurückgeschickt. Aber, ja. Aha, ich bin natürlich jetzt einen sehr großen, magischen, hilfreichen Magier, der mich bei einer Farbe unterstürzt. Gibt es eine Gemeinschaft, in der könnte hier eine solche Energie in meiner Schuld. Okay, dann werden wir jetzt mal zu den Wassermagiern reisen. Oh, ich hatte letztes Jahr Probleme mit meinem i9-3900K. Hast du eigentlich dieses Tool von Intel getestet, ob dein CPU betroffen ist wegen dem Problem mit dem Mikrocode, der fehlerhaft ist? Oh, oh, kacke. Ah, ja. Und, äh, ein Zuschauer hat wirklich alles gemacht. Das einzige, was er nicht gemacht hat, ist, glaube ich, die, den, äh, Heatspreader von der CPU abgemacht und geguckt, ob die Kühlpaste da drunter noch in Ordnung ist. Ich glaube, das wäre doch das, äh, einzige, was er hätte tun können. Oh, aber meine IO hat dagegen gewirkt. Okay, das ist schon mal sehr gut. Aber trotzdem, irgendwie kacke. Ich möchte schreiten. Ich möchte schreiten. Ich möchte schreiten. Ich möchte schreiten. Die ganze Sache ist... Was reißt an? Der Erzhaufen. Suche X. Mögest du in ein... Okay, das war nix. Musste noch Bisweil-Update machen. Der Fehler ist ja in der BIOS-Steuerung von CPU. Die Fiorcore habe ich auch nicht gehoben. Das war bei dem Schluss nicht lustig, ja. Mit CPUs kannst du echt kacke bauen, wenn du... Zu viel Mast, gefühlt. So. So, was ist denn... Oder muss ich mit... Ja, wie du meinst. So wie du aussiehst, hast du wohl woanders angeheuert. Dann will ich nichts mit dir zu tun haben. Oh. Oh, ich bin Meister. Oh, er hatte dann so ein Problem. Erst mit dem Mainboard, er war verbogen, weil das Gehäuse scheiße war und dann ist der gebacken worden. Dann habe ich mir einfach die I7 reingebaut. Oder selbst der Curve-Update ist da drauf gehetzt mit Absturz. Ey. Ihr habt Probleme mit euren CPUs. Ich hatte bis jetzt immer Schwein gehabt. So, ich wollte mal gucken. Ich hatte doch hier einen Zauber... Ähm... Einen Zauber zu den Feuermagiern. Mal gucken, was hier passiert. Ich hatte mir fast gedacht, dass es jemand A war. Im Gegensatz zu diesem verräterischen Schmied Stone brauchen wir dich nicht mehr. Wo ist Stone? Hinter Gittern. Aber dafür... Pssnappt ihr euch Juck... Okay. Aber das Gehäuse... Oh Gott. Mainboard für... What? Das von... Fraktal. Das Gehäuse. Ist das das gewesen? Oh. Was? Die Backplate ist für den Boxkühler... Was? Das habe ich ja noch nie gehört. Ja. Okay. Dann war das doch das Richtige, was ich dachte. Also das Fraktal Nord ist für Boxkühler nicht geeignet. Das Gehäuse fand ich eigentlich auch voll cool. Also wenn ich mir überlege... Ja, ich habe nämlich auch ein Fraktal. Ne, ne, ne. Lieber nicht. Ah, nö. Am Ende habe ich dann da auch irgendwie... Einen gebogenen. Aber damit hätte ich nicht gerechnet. Vor allem, ich habe... In meinem, äh... Habe ich ein... Steht das hier noch irgendwo? Hm, hm, hm. Ich glaube, in meinem... PC habe ich einen, ähm... Hier diesen, äh... Be Quiet... Ne, Noctur Black. Chroma Black. Ich mir nämlich auch nicht. Kann es sein, dass... Vielleicht wirklich das... Board an sich... Schon einen Konstruktionsschaden vielleicht hatte. Und dann der Kühler da noch mehr dran gezogen hat. Aber, naja. Kann ja aber auch sein, dass das Gehäuse selbst ein, äh... Einen Schaden hatte. Der nicht sichtbar war. Irgendwie ein Materialschaden oder sowas, ne. Den man einfach nicht... Äh... Gesehen hat. Weil irgendwie vorstellen kann ich es mir auch nicht. Außer natürlich die Sagen es extra im, ähm... Im, ähm... Und wie heißt es gleich noch? Im... Datenblatt des, äh... Gehäuses. Zeig mir. Interesse an... Sicher? Ein paar. Danke. Bring mir alle, die du finden kannst. Ich muss... Wir sehen. Ja, ich weiß nicht, wenn das, ähm... Material so... Also... Dass da einfach wirklich eine Schwäche unter der Lackierung ist, dass du es einbaust und dann über die Zeit sich das einfach so aufzieht. Das könnte ich mir noch vorstellen, halt. Als... Als einziges. Aber sonst... Naja. So. Aber... Viel wichtiger. Ich will mir einmal eben das... Divine... Oh. Oh, das Board war von PCI bis zum CPU um 5mm verbogen. Ja, das... Das hört sich echt nicht gut an. Wo war denn das jetzt? Moment hier. Ich schreibe. Ich schreibe. Ich wollte mir eben die Gehäuse mal angucken. Divine 6. Mit Glasscheibe oder ohne Glasscheibe? Ich glaube ohne Glasscheibe, ne? Und... Das Pure Bass... Das Pure Bass... Das Pure Bass finde ich auch nice. Ja, das sieht cool aus. Ich habe einen Sync Moogan drauf. Moment. Den will ich mir auch einmal angucken. Sync Moogan. Ah, ja. Ich habe sowas vergleichbares. Den Chroma. Ja. Oh, Mist. Also, das sieht halt... Das hier ist das... Also, die Holzoptik vorne finde ich cool. Aber wenn das verbiegt, ist das natürlich... Obwohl... Das einzige, wo ich mir das vorstellen kann, ist... Obwohl, das sind... Das sind die Standard-ATX-Schrauben. Hier sind ja eigentlich eh keine Schrauben. Also, deswegen könnte ich mir halt vorstellen, dass hier eine Instabilität entstanden ist. Also, zwischen diesen Punkten. Und dass der dann... Der Kühler halt nach vorne gezogen hat. Insgesamt. Das... Könnte ich mir da nur vorstellen. Weil du hast hier sehr viele Einschnitte drin, ne? Und auch diesen großen Einschnitt. Genau. Ich... Und der Abstand stimmt halt auch. Also, du hast drei Reihen. Deswegen kann ich mir halt nur eine Materialermüdung vorstellen oder sowas. Ja. Silent Bass. Guck mal, die... Die haben aber... Die haben aber... Ja. Das ist jetzt... Ja, irgendwie sowas, ne? Aber das ist jetzt auch reine Spekulation. Das kriegst du wahrscheinlich auch nur raus, wenn du das komplett vom Lack befreien würdest. Dann könntest du es aber weiß lockieren. Ist Mild nicht mehr da? Äh. Wo sind denn die hin? Äh. Viel nach vorne. Aber das Pure Base ist wie ein Panzer. Ja. Ja. Äh. Ich kenn das. Das ist riesig, oder? Verdammt. Keine Zeit. Ich, äh, muss noch was erledigen. Also, ich hab, glaub ich, das... 64. Ja. Ich hab aktuell das... Äh. Hallo, Nerz. Äh. Äh. Ja, ich glaub... Äh. Ich... Ich wandel eher auf den Wegen von Belial und beschwöre hier andauernd Tote. Äh. Ähm. Ja. Ja. Ich hab die Definitive Mod Pack drauf und ich bin übelst viel gestorben. Auch weil das Kampfsystem zum Teil echt crap ist. Und die, äh, hier das, ähm... Äh, wie heißt das gleich noch? Äh, die Schwierigkeit echt nach oben gedreht haben. Äh, deswegen hocken wir da in den Gräbern. Äh. So. Ich hab nicht verstanden, was ich machen soll. Äh, und vorne kannst du 480er IO reinballern. Hätte ich noch hinten bei mir rumliegen. Eine 480er oder eine 520er, weiß ich grad nicht. Eine 3x14er. Und wenn, wenn Interesse besteht. Von Deepcool. Ah, ne, eine 420er hab ich drinne. Gehabt. Aber, ähm... Die hatte irgendwie komische Peaks. Das war nicht geil. Joa, aber... Ach genau, ich wollte nachgucken, was ich machen soll. So. Ja, also, dieses uralte Kräfte besetzen. Noch im Laufe des Jahres verlor es seine Kräfte. Wenn Xadras ist eine magische Formel für die Übertragung der Eier auf Wurzeln, welch der Dämonen beschwöre, auf und nach weiteren Abgefangen für den Steufe. Xadras hat die Zauberformel hergestellt. Ich benötige jetzt eine sehr große magische Energiequelle und einen hilfsbereiten Magier, der mich bei meinem Vorhaben unterstützt. Zufälligerweise gibt es einem, die eine solche Energiequelle... Oh Gott. Ja, ich hatte jetzt bei Kollegen den Chroma X verbaut und, ähm... Ich war mit dem auch sehr zufrieden und hab mir den dann jetzt auch gekauft. Und, äh... Einfach in der Hoffnung, dass... Der dann so funktioniert, wie ich das gehofft hab. Und das tut der auch. Und das tut der auch nicht. Was? Ich muss gehen. Dann... Was kann ich... Ich muss... Ah, dann... War... Moment, ich muss mal eben gucken, wie ich jetzt weitermachen muss. Jetzt... Das war's. Ja, verbogene Gehäuse triggern mich auch. Ah, wir müssen doch wirklich zu den Feuermagiern. Ja. 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 Willkommen auf den Spuren des Phönix. Am Ende soll das Wissen des Feuers finden sein. Okay. Oh oh. Hilfe. Wow, der hatte nur alte Münzen. Okay. 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 Wow. So, aber ich kann... Aber ich... Moment. So, aber ich kram das Gehäuse jetzt auch nicht aus. Das ist unter Lego-Kartons. Lego-Kartons vergraben im Keller. Okay. Aber krass. Okay. Okay. So, aber ich habe auch schon mal einen verbogenen Bord gesehen. Da war jemand so schlau und hat die Backplate nicht montiert, aber den Kühler... Er war recht kreativ. Hat er da noch Unterlegscheiben drunter gepackt? Wie kriegt man denn sowas hin? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Who the fuck is that? Oh, das ist S.K.A.R. Oh! Das ging fix. So, äh. Oh Gott. Mit Muttern gekontakt, Spackschrauben durchs Mainboard, ja. Würde ich auch machen. Er dachte, die, äh, und dann, Gramm Kühler, alter Schwede. Alter, das kannst du doch echt keinem erzählen. Und er dachte, die CPU wäre dann Kühler. Alter Schwede, ist das dumm. Oh! Fünf Schaden mehr. Äh, die CPU hat's überlebt, ja. Alter Schwede, das hört sich schon wieder so dumm an. Äh, die CPU hat's überlebt. Oh, oh! Oh! Äh. 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 Aber ich kann sagen, aus Fehlern lernt man in der Platinenwahn Lea- Lea- Geriss. Oh Gott. Okay. Okay. Äh. Du schon wieder? Ich hätte schon... Damals hatte ich keine Chance. Du Wurm. Ich hoffe, dass du es mir nicht so einfach machst wie beim ersten Mal. Du hast dich mal ehrlich gesagt. Höhö. Notiz von Mordrod. Großartig. Er will doch tatsächlich, dass wir Gadessen alle Feuermage entnehmen. Nur weil du kriegst du die Sonne von... Ich finde... Der Bergen Quentin ist mir wegen der Geschichte von ein paar Jahren versuchte ich noch eingefallen. Okay. Gucken wir eher hier oben noch. Halt! 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 Oh, da ist ja noch einer. So, Kata ist auch tot. Oh, was ist das? Kata ist Regen, Schutz vor Feuer. Okay. So, Gehäuse habe ich nur einmal gelesen, bin ich billig dran gekommen, bin Gehäuse keine Euro, ja da könnte ich das auch verstehen, aber da ließ sich die Platine schon nicht sauber montieren. Das Gehäuse war ja in Ordnung, nur das Blech, wo das MW drauf hat, hat sich verbogen. Ja, deswegen würde ich jetzt hundertprozentig von dem Materialfehler ausgehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, dieser Sound gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Satisfactory hat schon Errungenschaften. Das hatte ich heute gesehen, weil ich den Server für Dienstag vorbereitet und getestet habe. Und dann bin ich schon aufs Spiel raufgegangen und Satisfactory hat Errungenschaften bekommen. Richtig, richtig geil. Okay. Ich habe Errungenschaften gehört, ich muss mir welche holen. Rennheim zu Mutti. Rennheim zu Mutti. Ich habe mich aber... Ich habe getestet, ob ich den Dingstens machen kann. Ja, verschwinde. Ja, verschwinde. Rennheim. 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 Amp einmal startest, dann bekommst du die Möglichkeit, äh, oder dann macht der automatische Updates. Das heißt, wenn der Server am Dienstag bereitsteht als Update, muss ich den Server einmal neu starten und dann wird das Update automatisch installiert. Dafür brauche ich den Schlüssel. Ähm, oh Gott, visier das doch nicht an. Ähm, hallo Oreo, du kommst in den perfekten Moment rein, ich habe gerade keine Frau beim Baden zugeguckt. Zum Glück ist das ja, ähm, im Spiel. Aber, das müssen wir nicht nochmal machen. Es kann sein, dass ich dann gleich einmal eben, äh, wegblenden werde. Dafür brauche ich den Schlüssel. Oh Gott. Hallo Gomez, du Idiot. Wie bist du denn hier reingekommen? Moment. Bist du nicht diese Pestzecke gewesen, die unsere Leute in der freien Linie kalt gemacht haben? Deine Leute hatten kein Recht, dort einzufallen. Ich habe diesen Anflug von Größenwahnsinn nur wieder korrigiert. Du hast Mut, so mit mir, Gomez, zu sprechen. Aber es war ziemlich dumm von dir, hier einfach zu sprechen. Ich werde persönlich sicherstellen, dass du mir nie wieder in diesem Schlüssel bist. Ähm, ich habe den unter Last... Ich habe den, äh, Server unter Last laufen gehabt. Und, ähm, der hat unglaubliche, äh, 2 Gigabyte ges... Oder, na, Moment. Ich kann das doch straight up nachprüfen. Äh, Momento. So. Nee, aktuell noch ohne Gebäude. Also, komplett ohne Gebäude, ohne alles zieht der Server, äh, 0,7. Wow. Ähm, Oreo, das Spiel kostet, glaube ich, aktuell gar nicht so viel. Ich glaube, das war sogar im Angebot. Als Dreier-Bundle. Hier, alle Versionen für 20 Euro kriegst du drei Spiele. Äh, Gothic 1, Die Nacht der Raben und Gothic 3. Du könntest ja natürlich auch noch Arcania dazukaufen, aber... Das würde ich, äh, eher vermeiden. Ah, und es gibt noch Forsaken King. Forsaken Gods. Okay. Aber, äh, was ich da empfehlen kann, ist... Ähm, es gibt immer noch, äh, sogenannte... Ähm, Videos. Ich hab zum Beispiel für, ähm, Gothic 1 einfach Gothic 1 2024 eingegeben. Und da wurde mir dann, ähm, die Definitive Edition vorgeschlagen. Mit einem paar Extras. Und ich hab noch die Ultimate Edition, äh, von Red Max, oder... Ja, Red Max dazugezogen. Moment, ich glaub, das war... So. Äh, Red... Martix, genau. Ähm, das ist dann nochmal ein... Ein grafischer Overhaul. Also, Zuschauer, ich könnte morgen übrigens, äh, werde ich dann wahrscheinlich einmal das, was du gesagt hast, testen. Ich hab noch ein Savegame von 165 Stunden. Das werde ich einfach mal auf den Server draufladen und dann laufen lassen. Mal gucken, wie... Wie krass der dabei abgeht. Kerker-Schlüssel. Gommes... Guck mal, und hier laufen dann auch extra so hübsche Damen rum. Verdammt! Verdammt! Äh, ich hab erstmal ein MSS, die neu... Abgestoßen. Da kann man jetzt... Ja, ich hab's gelesen, dass du da jetzt angeln kannst. Ich find das irgendwie ziemlich lustig. Und hallo, Manni. Wie geidigt dat? Und ja, äh, danke für... Die, ähm... Mitleidsbekundung. Das, ähm... Ja, ist... Ist kacke. Oh ja, äh, hab ich ganz vergessen. Ich bin beim, äh... Ich bin beim, äh... Hier, Lasertag-Spielen, bin ich mit dem... Oder hab ich mir mein Knie verdreht und das nach innen geklappt. Da ist jetzt mega der Bluterguss drin, ne? Ich kann das nicht mehr anwinkeln und, äh, nächste Woche irgendwann hab ich wahrscheinlich einen MRT-Termin. Alter, nie, es geht nicht darum. Oreo, jetzt kurz aufpassen. Hier ist jetzt keine nackte Frau. Da ist keine nackte Frau. So. Wie man das macht, kann ich relativ einfach erzählen. Ich wollte links abbiegen. Alles hat sich bewegt, nur mein rechter Fuß nicht. Und, ähm... Das Knie hat sich aber trotzdem bewegt. Und dann ist das... Wenn das hier das Knie ist, was sich normalerweise so öffnet, hat sich meins dann... Also so öffnet sich das und meins hat sich so geöffnet. Und ist dann halt so. Und dann bin ich wie so ein Baum... ...mh... ...nach vorne umgekippt. Ja, war ganz lustig. Ähm, und dann war ich, äh... Ist schon gut, wenn man für ein Krankenhaus arbeitet. Bei der Azubi-Veranstaltung waren wir in einem anderen Krankenhaus. Wat ein Zufall. Und, äh... Und, äh... Ja, ich konnte dann da in die Notaufnahme... Also in die, äh... BG-Sprechstunde gehen. Und, ähm... Die haben das dann einmal kontrolliert und haben gesagt, ey... ...trag mal lieber eine Schiene. Und, ähm... Ja. Genau. Ja, ich hab nicht geblinkt. Äh... Eher nach einem Schaden an den Bändern. Ja, ich hab da nur ein Kreuzband drinne. Deswegen ist das wahrscheinlich auch erst so krass passiert. Äh... Und geblinkt hab ich nicht. Nee, ähm... Ich bin einfach abgebogen. Ja, das war dann... Sechs Minuten Laser-Tag. Ich war für ganze 30 Sekunden auf Platz 1. Und dann hab ich mich selbst zerlegt. Ja, und dann jetzt mal gucken. Also heute... Ähm... Ich bin die volle Verantwortung und, ähm... Ne, ich bin... ...ein Vorbild für jeden. Ich bin heute nicht Motorrad gefahren mit dem schrotten Knie. Und, ähm... Ich bin gerade so... ...konnte ich das Knie anwinkeln, dass ich die Bremse drücken konnte. Ähm... Ja. War nicht das Beste, was ich heute getan hab. So wie ein Creeper. Ja. Das war... Das Hauptproblem da dran ist eigentlich nicht, dass ich so doll umgeknickt bin. Sondern eher, ähm... ...dass... ...bei sowas dann immer mein Fuß taub wird. Und... Das ist nicht so cool. Stimmt. Ich gehöre nicht zu Gomez. Wie bist du dann hier reingekommen? Gomez hatte den Schlüssel zum Kerker. Er hat ihn mir überlassen. Du willst doch nicht andeuten, dass du Gomez aus dem Weg geräumt hast. Doch, will ich. Junge, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Freut mich aber, dass dieser dreckige Halsabschneider endlich das bekommen hat, was er verdient. Aber warum hast du mich befreit? Ich hab gehört, dass du im Kerker bist und hab die Gelegenheit genutzt, um Gomez ruhig zu stellen und dich zu befreien. Hab Dank. Ich stehe in deiner Schuld. Triff mich in der Schmiede. Dort reden wir weiter. Wir sehen uns. Wenn es danach geht, müsste er beim Rückwärtsfahren piepen. Dankeschön. Sehr lieb von dir. Funfact nebenbei. Wir haben gefragt, ob es beim Lasertag eine Art Panzer gibt. Also so ein E-Scooter für Rentner. Wo man sich draufsetzen kann, dass ich noch weiter mitspielen kann. Die haben Nein gesagt. Die wollten mir auch keinen Bürostuhl geben, um sowas einfach zu machen. Also bin ich dann ausgestiegen und hab dann nicht mehr weitergemacht. Aber das wäre an sich auch sehr lustig gewesen. Also ich mach mir ja schon viel kaputt, aber sowas habe ich noch nie geschafft. Ja, das liegt halt dran, dass in dem Bein an sich wirklich nur noch ein Kreuzband drin ist. Und dass dann so ein Scheiß echt passieren kann, wenn man Pech hat. Und das war einfach im wahrsten Sinne des Wortes Pech. Also es hätte nicht dummer, dümmer laufen können. So, äh, Glückspilz. Ich erst wieder vor drei Wochen. Ja, also Knie ist echt kacke. Und wenn du dann wirklich auch noch solche Probleme hast, ähm, dann bist du davor halt nicht gefeilt. Weil halt die äußere Struktur, die Bänder und so weiter, die sind schon so ausgeleiert, dass man davon ausgehen kann, dass es dann halt wieder passieren könnte. Was halt total nervig ist. Ähm. Komisch kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Hey, warum habe ich dann nicht, äh, einen, warum haben die dann nicht ein synthetisches? Ähm, weil damals, als ich operiert worden bin am Kreuzband, mein Bein so kaputt war, dass, äh, es versteift war. Und, äh, die Angst da war, dass, äh, die Bänder reißen, sobald die versuchen, das Knie zu operieren. Und deswegen hatten sie gesagt, ähm, machen wir das eher, wenn das wieder vollständig verheilt ist oder wenn ich dann keine Probleme habe, dann später. Also jetzt wäre so der Punkt, wo man sagen könnte, okay, vielleicht sollte man das reparieren, weil das halt vorkommen kann, dass das so einklappt. Und, äh, und Oreo, die Laserdeckhalle, die mir am nächsten liegt, ist über 800 Kilometer von mir weg. Ich kann dir jemanden empfehlen, der ist aber in Kassel. Ja, ich wollte nach, ähm, Bremen in die Roland-Klinik. Die ist ein... ...Knie-Spezialist. Warum hat man dich in den Kaker geworfen? Gomez. Der Bastard hat mir unterstellt, dass ich gemeinsame Sache mit den Feuermagiern machen würde. Nur weil ich der beste Schmied im alten Lager bin, konnte ich meinen Kopf retten. Er hat mich in dieses Rattenloch werfen lassen und immer nur dann rausgelassen, wenn er meine Fähigkeiten gebraucht hat. Äh, der Betreutenden Handballverein. Ja, also die Roland-Klinik ist, glaube ich, äh, die Knie-Spezialisten für Werder Bremen. Also da habe ich dann auch großes Vertrauen drin. Und mein Vater und ein Kumpel von meinem Vater, die waren auch schon da und haben, äh, super Ergebnisse. Deswegen würde ich da auf Erfahrungswerte aus dem Freundeskreis so gesehen, äh, da draufsetzen. Ähm. Bei Manni ist die nächste Klinik 15 Kilometer weg. Ja, das ist super. Bei mir, ich habe keine Ahnung. Äh, der hat... Ah, die haben auch deine Schulter gemacht. Nice. Ich war bei einem, der nur Knie macht. Der war vorher Chefarzt bei der Deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Mmh, nice. Äh, du Glücklicher. Ich lebe unter der Ecke von Tirol, beziehungsweise gerettet. Und ja. Nee, nee, zum Glück gar nicht. Glück nicht. Oh, Mann. Kannst du mir diese Erzrüstung verstärken? Natürlich kann ich sie verstärken. Gib sie mir und warte kurz. Hier ist die verstärkte Rüstung. Damit haben wir... Wir sehen... Äh, ansonsten war die Woche sehr bescheiden. Äh, bescheiden. Also bei mir... Ah ja, ich habe gelebt wie ein König, kann ich euch sagen. Ähm... Morgens... Also, wir sind ja Dienstag angereist. Abends waren wir in einem Apfelhof. Das ist so eine Mosterei-Kälterei. Wo es die geilsten Sachen überhaupt gab. Das war so pervers. Ähm... Und hat so gut geschmeckt. Also, das war echt... Nice. Und, äh... Den nächsten Tag gab es mega das geile Frühstück. Ähm... Ups... Dann... Nachmittags waren wir... Äh... Gab es von der Kantine was gekochtes. Das war auch echt gut. Kein Vergleich mit Krankenhaus-Fraß auf jeden Fall. Und... Abends waren wir dann beim Italiener. Ey, das war auch... Das darfst du eigentlich keinem erzählen. Das war... Oh! Und dann nächsten Tag wieder beim selben Hotel das... Äh... Frühstück. Was echt nicht von schlechten Eltern war. Das einzige Problem war halt wirklich, ähm... Die hatten nur Aufbackbrötchen. Und das war ein bisschen... Bescheiden. Und, ähm... Dann waren wir noch in einem Brauhaus. Die hessische... Äh... Sachen produziert haben. So, äh... Verkauf dein Bein an einen Schwarzmarkt, die dein Vertrauen und tu dir als Cyborgbeine, um die Verletzung vorzubeugen. Ja, das wird zu... 99% E passieren. Weil ich, ähm... Äh... Äh... Das, äh... Knie wahrscheinlich, wenn ich so um die... 50 bin oder so, ausgetauscht werden muss. Rückzug! Haben die hier alle Angst vor mir? Keine Zeit. Ich, ähm... Muss noch was erledigen. Oh, die haben Fox getötet. Keine Zeit. Ich, ähm... Muss noch was erledigen. Oh! Oh! Rückzug! Naja, aber... Das muss ich dazu sagen. Ich bin ja der Hoffnung, dass wenn die medizinischen Geschicke so weitergehen, wie sie aktuell sind, dass wir dann so in 20 Jahren oder 15 Jahren einfach, äh, das Gelenk durch wirklich irgendwas Kybernetisches, äh, tauschen können, wo dann das eigene Erbgut mit hinterlegt ist. Ich muss weg, verdammt! Nicht sie weg! Keine Zeit. Ich, äh, muss noch was erledigen. Oh, schade. Ja. Oh, what the fuck? Ich muss weg! Ach, sehr bescheiden. So meinst du das. Oh, sorry. Das, äh, war nicht so von mir gemeint. Das ist ja kacke. Also, mein Beileid dazu, das... Das ist immer sche... Mit 29, das ist ja sogar noch beschissener. Also, da kannst du ja noch nicht mal was zu sagen. Oh, verdammt! Ey. Oh, da... Oh! Da krieg ich meine Gänsehaut bei. Ja, Manni, ich, 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 ich würde da auch wieder andere Sachen machen als, äh, jetzt aktuell. Vor allem auch mal ohne, äh, Schmerzen, mal länger wach bleiben und sowas. Ähm... Ähm... Wenn es lachen geht, kriegt Ärger. Steckt... Ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah... Ich muss ecken. Wir haben heute gezogen. So, wenn er das letzte Wort etwas mal umgehen kann, ist er jetzt mal um. Ah. Danke schön, Oreo, dir auch. Viel Spaß noch. Wenn einer der letzten Worte die größte in meine Richtung hin, das ist mir erst mal umgeworfen am Montag. Nein, nein, am Dienstag habe ich wieder gestanden. Ja, also für die Familie muss das auf jeden Fall die Hölle sein, weil du... Damit rechnest du ja hinten und vorne nicht. Ah, krass, auf jeden Fall. Ah, es war... okay. Ja, trotzdem ist das kacke. Also das ist ganz klar. Das ist nicht schön. Sollte nicht schön sein. Und ja... Ah, was ein Scheiß. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sei gegrüßt, mein Freund. Dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Hallo, Milton. Es ist viel passiert, seit wir uns das letzte Mal trafen. Ich würde dir gern alles erzählen, doch im Moment ist keine Zeit dafür. Ich bin in Eile. Oh, das ist noch beschissener. Also, an sich ja nice, aber die Connection ist dann ja nochmal eine komplett andere. Das ist echt blöd. Bleh. Nun sprich. Worum geht es? Ich brauche die magische Energie des Erzhaufens und ich halte es für unklug, die anderen Wassermagier danach zu fragen. Du scherzt. Die Zeit des Scherzens ist vorbei, ich meine es todernst. Ich habe Xardas, den Dämonenbeschwörer, getroffen. Ich handel in seinem Auftrag. Xardas? Langsam machst du mir Angst. Niemand hat mit ihm gesprochen, seit er das alte Lager verlassen hat. Ich schon. Wofür benötigst du die Energie des Erzhaufens? Ich will sie auf dieses Schwert hier übertragen. Wow. Was für eine Waffe. Es trägt den Namen Uriciel. Xardas gab mir diese magische Formel, um den Transfer zu vollbringen. Du musst sie aussprechen, während ich Schwert und Erz in Kontakt bringe. Es sieht so aus, als ob ich diese Zauberformel nur herunterlesen müsste. Aber wir werden ernsthaften Ärger mit Saturas und den anderen Magiern bekommen. Das Risiko müssen wir eingehen. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wichtig für alle Bewohner der Kolonie. Ich verstehe nicht. Es wird uns alle hier rausbringen. Du musst mir vertrauen. Einverstanden. Nach all dem, was du bereits für uns getan hast, besitzt du mein Vertrauen. Außerdem scheinst du auch das von Xardas zu besitzen. Triff mich unten beim Erzhaufen und zu keinem ein Sterbenswörtchen. Gut. Wir treffen uns beim Erzhaufen. Bis dann. Lass mich mal vorbei. So, was soll ich jetzt machen? Ich hab nicht... Bevor wir hier weitermachen, würde ich gerne... So, das gucke ich mir aber einmal eben an. So, was soll ich jetzt machen? Und das bene? Glocke ich mir jetzt machen. Untertitelung. BR 2018 Okay, ich habe mir gerade mal die Spur des Phönixen ein bisschen angeguckt. Das werden wir wohl als erstes mal machen. Bin ich da noch im... Ja, nice. Ja, ich habe hier ein paar umgehauen. Hey. So. Offensichtlich am Ende... So, dann gehen wir einmal hier nach unten. Da ging es nämlich weiter. So. So, wenn wir Sturms sind, dann befinden sie ihn unterdrücken. Da drücken wir doch ihr Grausche. Oh, Mann. Okay. Was durch Sturm zerbrochen war. Gehe ich mal davon aus, dass sie den eingestürzten Turm meinen, wenn das hier alles in der Burg stattfindet. So, ab nach oben. Ah, da. Die Feder des Phönix. So, das Kindessturm wurde zu 9 unterdrückt und die Macht des Feuers stärkt nichts von der Kier. Der Sturm ist sicher schon weit versammelt sich. Die Unserführende fließt den Hort. Sie wurde von der Weisheit des Wassers den Hort machtbeschützt. Dort, wo die Macht des Wassers den Hort verlässt, findest du die Welle des Phönix. Da unten ist doch ein See. Ne, den See meine ich jetzt nicht. Wir gehen jetzt nicht bei der Badezuber gucken. Ah, da. So, errichteten die Kinder des Sturms um sich herum hohe Dämme, um sich von der Wogen des Wassers zu schützen. Sie hielten Ausschau nach ihrer einzigen Leitung und trieben die verbliebenen Erbarung zur harte Arbeit. Der anfänglich so reinen Sturm der Gerechtigkeit wandelte sein Gesicht und wurde schlimmer als das, was das Eis ersetzte. Beschreite den Damm und teilte nach dem Wogen des Wassers Ausschau. Da wirst du vielleicht die Sehnsucht des Phönix finden. Äh, müssen wir da hoch? Oh Gott. Das wäre so das Einzige, was ich mir noch... ...vorstellen kann. Weil... ...da hinten ist der Fluss. Oh, ja, da. Zuerst verstecken sich die Kinder des Wassers, die aus dem Hort floren. Sie suchten Zuflucht in versteckten Höhlen. Durchbrennen sie einen eigenen Hort, der sie zuvor des Sturmschützer. Nicht alle Höhlen kann man trocken. Füße, doch genau diese Höhlen sind oft die besten versteckte Höhlen. Hast solche Höhlen. Hat dort eins vor den fließenden Elementen. Okay, gibt es hier irgendwo eine Höhle, wo Wasser... Oh Gott. Eine Höhle, wo Wasser fließt. Verdammt! 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 Könnte das hinter dem Wasserfall sein? Beziehungsweise kann man da rein Oh, da drüben brennt irgendwas Oh Ich glaube ich habe etwas gefunden Oh, ha Warum Telekinese? Kann ich das hier irgendwo? Okay, ich gucke mal eben in das Video rein Spuren des Phönix Oh, es gibt noch eine andere Höhle Ich bin in der falschen Höhle Nice Aber wir haben trotzdem eine Höhle entdeckt Cool Okay 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 Hier soll nämlich eine Höhle sein Ah, ich glaube ich habe etwas gefunden Ich bin in der Ferne Ah, ich bin in der Ferne Ich bin in der Ferne gut Ich bin in der Ferne Okay, Moment. Okay, ich bin dran vorbeigeschwimmen, offensichtlich. Das sollte hier irgendwo drin sein. Oh, jetzt sagt man nicht. Ach, ich muss noch mal. Ich habe die ganze Zeit nicht gespeichert. Also können wir das eben noch mal alles neu machen. Was? Das Spiel konnte die toten Fische nicht berechnen nach dem Bad. Oh, ich glaube es ist einigermaßen nachvollziehbar. Aber ich glaube gar nicht, wie ekelhaft es war, mit knappen 40 Leuten in einem Konferenzraum zu verbringen. Wo es übelst warm war. Und ich hatte wegen der Hitze ich glaube 8 oder 9 T-Shirts mit dabei. Und die waren wirklich jetzt alle durch. Ich glaube ich habe fast jeden Tag oder jeden Tag habe ich das T-Shirt zweimal gewechselt oder so. Und das ging gar nicht. Das war so elendig andauernd. Also das wünsche ich echt keinem. Acht Stunden in einem Konferenzraum hocken und ein bisschen was tun und so weiter. Und dann nur der Konferenzraum am ersten Tag war klimatisiert. Alle anderen waren nicht klimatisiert. Das war richtig nett. Ich bin froh, dass ich seit geraumer Zeiten einen Chef habe. Den durfte ich nächste Woche vorschubsen. Safen. Ja, habe ich gerade eben schon. Aber mach ich nochmal. Ja, also das Problem war, mein Chef hatte diese Woche für die Veranstaltung keine Zeit. Und deswegen musste ich dann mitfahren. Und ja, aber eine richtig, richtig coole Veranstaltung. Also das würde ich jederzeit wieder machen. Oh. Ach so. filmer mit dir zu laut. Da bin ich schon sehr bestimmt gut. Das. Wilhelm, Monklaящ. Das ist ja auch so schön. Das war's für heute. Ja, das definitiv, aber... Genau das meine ich nämlich auch. Also, mein Chef sollte eigentlich mitfahren. Ich hätte Bock drauf gehabt. Jetzt bin ich zum Glück mitgefahren und ich hatte Bock drauf und es war super. Ich war nur der einzige Ausbilder vor Ort. Der Rest war... ...andere Leute. So, schon bald ist der Schnabel des Sturms aufs neue Fleisch aus seinen eigenen Seiten. Und dieses Fleisch wurde zu den Kindern des Geistes. Sie verstecken sich in Felsingen, bevor sie einen eigenen Hort inmitten von Schlamm und uns... Das war die Geburtsstunde, ein Untergrund. Die Macht des Geistes erschüttert das Gefühl der Welt. Der Phönix zieht seine Jungen in einem Felsen, das in den luftigen Höhlen aufdreht, wo kein... Ja, aber trotzdem. Auch wenn es unklimatisiert war, war es allemal wert. Auf jeden Fall. Meine Azubis hat es auch sehr gefreut. Es war mal wieder cool, die ganzen anderen Azubis zu sehen. Zwar waren nicht mehr alle dabei, weil einige davon ausgelernt hatten. Und die ganzen anderen Leute zu sehen, war auch mega. Also das waren richtig coole Abende. Und mit dem einen Kollegen verstehe ich mich halt super. Der kommt von ganz weit weg. Und man sieht sich halt nicht so oft. Und das war halt nice. Why is here a troll? Habe ich irgendwas Angst? Todeshauch? Äh, nee, das nicht. Aber, ähm... Ich komme halt aus Norddeutschland und der kommt aus Süddeutschland. Ich glaube, das ist am einfachsten zu erklären. So. Und dann trifft man sich halt nicht so oft, ne? Mord. Vorratslager in den Bergen. Was hat er denn hier Schönes in der Truhe? Oh, Trank der Macht. Oh, Trank der Macht. Occupy Mars hat ein Update. An sich sagt mir das Spiel, glaube ich, was, aber irgendwie sagt es mir auch nichts. Ich kann es gerade nicht zuordnen. Oh, schon vorbei. Das hatten wir uns auf die Wisch... Äh... Dann muss ich doch direkt wieder spannen. El Momento... Occ... Occupy Mars... Oh ne, das habe ich mir nicht auf die Wischlist gepackt. Oh. 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 Das. Oh, sogar im Augenblick. Ähm. Hallo. So Money auf dem Mars Ja So, vielen Dank für den Einkauf Das gucke ich mir morgen mal So ein bisschen an Das sah so Einen Ticken nach Satisfactory Meets Meets, Meets Wie heißt das noch? Subnautica Wie groß ist denn das Spiel? Oh, ich glaube das lade ich jetzt nicht runter Bei mir fängt gerade alles an zu laggen Okay So Nur ein Save geht nicht Sehr schade das Ja, auf jeden Fall Das kann ich mir vorstellen Aber das sah nice aus Ähm Ist das Multiplayer fähig? Und Der Trailer hat genau meinen Geschmack getroffen Es hat sich sehr depressiv angehört Muss ich ja sagen Aber Ich freue mich ja schon so hart Auf Satisfactory Sorry Was soll denn das? Wow Der war easy Oh Gilbert Was hast du denn alles? Hm Abgebrochen Hm Abgebrochen Wow Hops Äh Buch Was willst du uns sagen? So So zogen die Jahre ins Land Und der Zorn des Sturms Fehl Meine Fogung des Wasser Und den Kindern des Geistes Hat das So eifrig ernährte Wurde immer schwächer Und heute verlor Das nur Vorkriegen Müssten getroffen werden Um das Wissen des Feuers zu bewahren Neigen sich die Tage Eines Fönixes Seines Ensen lässt er sich Am höchsten Ort Seines Hort Neders Und Erwartet das Unwahrscheinlich Erwartet dort Den Tod des Phönix Den höchsten Ort Geht es hier irgendwo Noch weiter? Aber ich hasse ja Rätsel Ne? Ich würde sagen Da hinten im Kastell Oder? Äh Oh Guck mal wen ich hier getroffen hab Hallo Hallo Hi Mach's gut Hi Wie ist die Lage? Alles ruhig Es kann nicht mehr lange dauern So lange werde ich es Bis später Nice Und dann Multiplayer Mach's gut Ja Dann würde ich ja fast sagen Dann müsste man ja Bis da Zumindest Irgendwie so ein bisschen Warten Ne? Ja Ja nice Also da kann man dann wirklich Auf das Ganze warten Würde ich sagen Essenz des Feuers Und Erz Oh mein Gott Oh mein Gott Da sind ja noch mehr Oh ja Oh ja Ich hab da vorhin reingeguckt Na oh das sieht so nice aus Ich hab da schon so Bock Das einzige Äh Ähm Was Doof nur Dass man Ja Kann ich verstehen Aber 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 Ganz wichtige Service Information Ähm Die haben Die haben die Server so gut Gemacht Also so wie die aktuell Laufen Dass du Einfach Spielstand von dir Laden kannst Und der wird dann in den Server übertragen Und dann Kann das einfach auf dem Server weiterlaufen Und dann kannst du da noch Ein paar Einstellungen machen Sowas wie Ähm Ja lass mich lügen Ähm Dass der Server zum Beispiel 24-7 laufen soll Und nicht pausiert werden soll Wenn du nicht auf dem Äh Server gerade spielst Und das funktioniert Echt gut Und das wollte ich Morgen Wie gesagt Einmal ausprobieren Und dann Ähm Testen wir Wie die Äh Serverlast ist Oh oh Was zur Hölle Loll Ohne hinzugucken He he Ähm Äh Ich weiß Ich hab's gesehen Sie hatten versprochen Dem Server mehr Liebe zu widmen Äh Ja Das kam gerade Ein wenig Unerwartet Weil vor allem Hier geht's ja Hoch Hier ist es nicht Ist es dann da hinten Oder gibt's hier noch was Höheres Oder meinen sie den Den Turm da Oh oh Äh Alter Ja Freunde Das ist Gothic Hölle war's denn das nicht Ja Ja Dann brauchen wir da oben Nicht gucken Aber wir könnten auch mal Hier unten gucken Äh Äh Freunde Alter Schwede. Alter Schwede. So. Huh. Gerüchte besagen, dass man auch den Weg hätte nutzen können. Ja. Ach, da geht's lang, verdammt. Ich wollte einmal Außergewöhnliches tun. Nee. Eigentlich folge ich ja hier auch straight ab der... äh... Linie, wie man das Spiel spielen sollte. Ja. Ja. So. Ist das dann... da oben? Und sonst gucke ich gleich in das Lösungsvideo rein. Weil ich hier stand ja am höchsten Punkt. Und... So, neigen sich die Tage ein. So, dass er sich am höchsten Hort seines Hortes nie da... Seines Hortes ist das alte Lager seinen Hort? Könnte das sein? Dass sie das damit meinen? Aber gucken wir gleich mal. Ja. 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 So, und dann noch hier hoch. Und dann noch hier hoch. Okay, dann ist es wirklich das. Äh, wir könnten hier einmal bei Koa sonst was gucken. Äh, wie hast du noch? Bei... Bei... Boah, schieß mich tot. Hallo. Und zusammen... Ich möcht... Run, boy, run. Run, boy, run. Dann laufen wir eben zum alten Lager wieder und gucken mal auf dem höchsten Turm. Und wenn da nix ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Und dann... Und dann... Jetzt müssen wir ihn... Wir haben dann mit mir wieder einmal mit danach und werfen die Sperre in den Meda. Ja. 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 Und dann müssen wir einmal außen rumlaufen. Wow. Wir können mal eben was trinken. Ah. So. Dann laufen wir mal da hoch. Und den Turm haben wir ja schon einmal komplett geplündert. So. 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 Ah, da liegt das Buch. Tod des Phönix. Ups. Oh. So. So, da wird das Geflügel der Welt bebt. Ach, das Geflügel. Erst langsam und schwach und dann immer öfter und immer heftiger. Das Ende ist nahe, dessen bin ich mir sicher. Weder Sturm noch Wasser noch Geisterkenntnis. Doch das Feuer weist um die Wahrheit. Es muss weiter bestehen. Es war immer so. Es wird immer so sein. Das Leben des Phönix ist ein immerwährender Kreislauf. Er kehrt, steht dorthin zurück, wo er eins begonnen hat, um sich auf die Asche wieder zu neu nehmen zu. Dies ist die Auferstehung des Phönix. Er kehrt immer dahin zurück, wo es begonnen hat? Hä? Liegt da jetzt ein zweites Buch? Entweder müssen wir zum Eingang des Minentals oder wir müssen bei Choristo gucken. olanin im Bedroh controls. Wir müssen die Aufmerksamkeitsszeiten versuchen mal zu schieben. Okay, ich bin die Aufmerksamkeitszeiten. Ich habe noch sanft, wie vor das magazine Leben, wenn es die Aufmerksamkeits be DB-Staten gibt. Ich bin die Aufmerksamkeitszeiten. Ich habe jetzt die Aufmerksamkeit herbertragend zu beheraus und ich habe schon mit einem Zeitungsgericht. Okay, ich bin die Aufmerksamkeitszeiten. Man muss das in der Fall haben. Oh. Du hast das Rätsel des Phönix entschlüsselt. Du bist würdig, das Wissen des Feuers an dich zu nehmen. Bewahre das Wissen und vergeude es nicht sinnlos. Dies ist der letzte Ort des Feuers innerhalb der Barriere. Der Phönix hat sich aus seiner Asche erhoben und die Macht des Feuers erstreitet im neuen Glanz. Dies ist der Kreislauf des Lebens. Es war immer so, es wird immer so sein. Hm. Und was haben wir hier Feines? Amulett der Flamme. Schutz vor Feuer 10. Feuerregen. Tränke der Eile. Leere Rune. Okay. Das Wissen des Feuers nicht zu lange die Hand darüber halten tut, aber... Ja. So. Dann gucken wir mal, was Milton zu sagen... Ach, Milton hatten wir ja schon einmal komplett uns angehört und dann habe ich geladen. Dann können wir das jetzt entspannt durchklickern. Okay. So was, ich konnte meine Freunde dazu bei mir bei der Energieübertragung sein, wir treffen uns am Fuß des Erzhoff der Wassermagia, okay. So, hier unten sind wir beim Erzhaufen. Nice. Aber hier liegt nicht so viel Erz rum, wie man gehofft hätte. Hallo. So, wartet jetzt Milton auf uns, dass wir ihm folgen oder braucht er nur ewig und drei Tage bis er unten ist. Er läuft wie ein Mönch nach unten. Wow. Lass mich mal vorbei. Sorry. Hallo. 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 Kapitel 6 Kapitel 6, die Halle nicht der Schläfer. Kapitel 6, die Halle nicht der Schläfer. Kapitel 6, die Halle nicht der Schläfer. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Aber irgendwie... War das doch jetzt ein wenig enttäuschend. Seid gegrüßt. Ja, Milton ist auch nicht mehr da. Wow. Okay, dann machen wir das nochmal eben nochmal. Dass ich nochmal mit Milton sprechen kann. Ja. Ja. Und vielleicht ist er ja unten, wenn wir einmal bis des Nächten schlafen und wieder tagsüber schlafen. Ja. 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 Hallo. 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 Hi. Oh, ich hab ja ganz was vergessen. Ah, nee. Wir sind ja wieder in Kapitel 5. Hast du doch klar, dass das Ärger gibt? Bist du? Es ist voll unglaublich. Das ist ein gutes Zeichen. Ah, wap. Hey, du. Oh. Der hat echt nichts mehr zu berichten. Sei gegrüßt. Ich suche was. Ich werde mich verlieren. Ich suche was. Oh. Ich suche was. Ich suche was. Ich suche was. Dann kieke ich mal eben Gothic 1, Kapitel 6. Ich weiß jetzt nicht. Okay, dann begeben wir uns mal hier durch. Ziehen mal wieder das Ulumulu an. Zweie Hand. Geben uns auf den Weg. 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 Oh, der hat nichts. Schnell wieder das Ulumulu anziehen. Und weiter geht's. Dann muss ich jetzt nur einmal versuchen... Irgendwie mit Telekinese an das Teil da oben ranzukommen. Machen wir erst den Ork platt. Tüdelü. So. Das kann raus, das kann raus. Ey, das ist doch beides drinnen lassen. Sieben und acht. Todeshoch. Telekinese. Das kann raus. So. 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 bewegt sich das denn nicht um eine Haaresbreite. Muss ich... So. 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 Ohhhh ! Hilfe ! So Und damit sind wir wieder in dem Tempel des Schläfers Und dann laufen wir doch mal zu dem komischen Typen da hin Der uns vorher nicht durchgelassen hat Relativ easy würde ich das dann machen Und zwar Ich würde ihn einfrieren Oh kacke Oh nö Was heißt sie stehen unter dem Einfluss der Priester? Naja die Priester waren und sind mächtig Sie haben den Schläfer auf unsere Welt gebracht Und sie haben die Tempelwache über hunderte von Jahren mit ihrer Macht am Leben gehalten Doch jetzt wo der Schläfer erwacht Schwindet ihre Macht und der Einfluss auf die andere Warum erzählst du mir das alles? Ich weiß auch nicht so recht Es ist nur so ein Gefühl Sage niemanden dass ich dir das erzählt habe Ihr jetzt und sprich nicht mehr mit mir Äh Werde ich jetzt trotzdem? Ja ich werde angegriffen Okay Haltet euch zurück Das kann ja nur stressig werden Hm So Das sieht doch kacke aus. Verschwinde! Du bist dir nicht erwünscht! Willst du mich aufhalten? Ja, ich werde dich aufhalten, damit du meist... Versuche nicht, mich anzugreifen. Der hohe Priester hat Meister Callum und uns anderen einen Teil seiner Macht verliehen. Wir sind nun unsterblich. Ich kann dir zeigen, wie unsterblich du bist. Mache dich bereit, einem Schöpfer gegenüber zu treten. Fuck n'n Kack. Die sind ganz schön stark. Oder es war nur Gooboba, der so stark war. Die sind auch ganz schön stark. Alter! Alter Schwede! Das kann doch nicht sein, dass sie so stark sind. Geh! 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 Ah! Ah! Geh! Geh! Ah! Geh! Ah! 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 Wow, der braucht echt lange dafür. Uiuiuiuiui. So. Brav gemacht. Haha. Das war echt nicht gut. Das war's. Alter. Bannklinge. Also, der Golem-Bodyguard ist schon nice. Okay, der Bodyguard ist super. So. Ist das ein Goa Angar? No. Okay. 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 Dann gucken wir hier weiter. Okay. 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 Hä? I don't know. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. Wie der Golem da einfach im Hintergrund. Und du hast die Ehre, der Erste zu sein, der diesen Preis bezahlen darf. Alter, ist der bekloppt. Oh. 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 Alter! Ach, der steht da oben! Jetzt weh doch nicht den Golem aus. Äh, wo steht der? Oh, ich hab keine mal... Oh, oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow! Oh! 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 Wie knapp war das denn bitte? Kann ich... Wieso kämpfen die jetzt auch noch gegeneinander? Oh! 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, sorry, ich hab das jetzt erst geredet. Ich mach mich für heute einen schönen Stream noch an. Gute Nacht später. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Sorry für die späte Reaktion. Schlaf gut und dann... Bis morgen oder so. Und gute Nacht dir. Oh mein Gott. Okay, das war auch wieder ein Tod. So, was passiert denn, wenn wir jetzt einfach ohne Chorkalom in der Nähe das machen? Okay. 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 Das war's für heute. Mein Gott. Der Golem kämpft gerade einfach so gegen den. Oh. 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 Das ist echt erschreckend. Dankeschön. Nice, nice, nice. Aber wie viele Krillzeugkratz 3000. Okay. Wie wenig Leute das gemacht haben und wie viel die Leute in den einzelnen Kategorien vertreten sind. Und Kai Rosenkranz ist eine absolute Legende. Und natürlich Herr Pankratz. Aber seine Frau ist noch nicht dabei. Und damit crasht das Spiel. Wie geil. So. Und ich habe natürlich Vorbereitung getroffen. Dann passen wir das hier eben an. Okay. So. Und hier habe ich nämlich die Nostalgique Edition für Gothic 2 mir geholt. Ey, was läst du denn jetzt hier herunter? Nein, Occupy Mars sollst du nicht jetzt runterladen, du blödes Programm. Hell. Oh, gott, gott, gott. So. 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 2 einrichten. So. Nach dem Fall der Barriere und der Verbannung des Schläfers ist Veliahs Zorn noch größer geworden. Ein mächtiges Artefakt wird wieder auf diese Welt zurückgeholt werden. Wenn der Gott der Finsternis seine Schergen auf die Suche schickt. Diese Suche hat längst begonnen. Belias Schergen entfeiern die ältesten Heiligtümer der Götter. Die Wächter dieser heiligen Orte sind erwacht und ihr Zorn lässt die Erde erweben. Alle mächtigen Magier auf dieser Insel spüren diesen Zorn. und einige von ihnen sind mit Sicherheit schon dabei der Bedrohung entgegenzutreten. verbünde dich mit ihnen. Nur so können wir Belia Einhalt gebieten. Was können wir tun? Diesmal schaffen wir es nicht alleine. Nur die Macht Innos kann uns gegen die Drachen helfen. In der Stadt Korinis, nicht weit von hier, lagert eine Gruppe von Paladinen. Sie verfügen über ein mächtiges Artefakt, mit dessen Hilfe wir die Drachen besiegen können. Sie nennen es das Auge Innos. Du musst dir dieses Artefakt besorgen. Berichte den Paladinen von der Bedrohung. Du musst ihren Anführer überzeugen, uns zu helfen. Und sobald du mit ihm gesprochen hast, musst du das Auge Innos finden. Es ist das Gegenstück zum Auge Innos. Es darf nicht in die Hände des Bösen fallen. Was genau ist das Auge Innos? Es ist ein Amulett. Der Sage nach hat Innos selbst einen Teil seiner Macht in dieses Amulett gelegt. Es wird dir einen Teil deiner verlorenen Kraft wiedergeben und uns helfen, die Drachen zu besiegen. Und es hat noch einige andere verborgene Fähigkeiten. Doch dazu mehr, wenn du das Amulett hast. Warum sollten wir die Paladine das Auge Innos geben? Weil du derjenige bist, der dazu bestimmt ist, es zu tragen. Woher willst du das wissen? Es gibt eine Reihe von Gründen. Der wichtigste ist, du hast den Schläfer besiegt. Stündest du nicht in der Gunst der Götter, wirst du jetzt tot. Nehmen wir mal an, du hast recht. Und ich bin dazu bestimmt, das Auge Innos zu tragen. Woher wissen die Paladine, dass es so ist? Das Auge sucht sich seine Träger selbst. Sobald du es in die Finger bekommst und es dir anlegst, werden die Paladine nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Wie komme ich zur Stadt? Folge einfach dem Weg von hier aus durch die Berge. Die Stadt ist groß, du kannst sie nicht verfehlen. Aber sieh dich vor. Der Weg zur Stadt ist nicht ungefährlich. Und du bist noch lange nicht wieder so stark, wie du einst warst. Ich brauche Waffen. Ich kann dir nur das Wenige geben, was ich hier habe. Sieh dich in meinem Turm um. Alles, was du gebrauchen kannst, gehört dir. Ich werde so schnell wie möglich aufbrechen. Gut. Und eines noch. Verrate niemanden, dass du mit mir gesprochen hast. Vor allem keinem Magier. Seit ich ins Exil gegangen bin, hält mich der Kreis des Feuers für tot. Und das ist auch gut so. Geil. Ja, mit der Mod, ähm, mit dem Mod-Pack sind wir ein wenig langsamer unterwegs. So, da freue ich mich ja schon so. Alte Steintafel, Buchkommode. So. Oh Gott, dann gehen wir hier einmal nach oben. Bläh. Ruhenteleporter zu Xadras. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Nice. Hey. Oh mein Gott. Kannst du mir etwas über diese Steintafel sagen? Ich habe so eine unten in den Höhlen vor meinem Turm gefunden. Sie sind in einer seltsam alten Sprache geschrieben, die ich in dieser Form noch nirgendwo gesehen habe. Wo genau sind wir hier? Wie ich bereits sagte. In der Nähe der Stadt Korinis. Ich habe meinen Turm hier neu errichtet. Aber es ist erst wenige Tage her, dass wir uns das letzte Mal im Minental gesehen haben. Die Diener, die ich rief, um meinen Turm zu bauen, haben ganze Arbeit geleistet. Das kann man wohl sagen. Woher bekomme ich bessere Ausrüstung? Der nächste Ort, an dem du bessere Waffen und Rüstungen bekommen kannst, ist die Stadt Korinis. Aber unten im Tal findest du einige Heilpflanzen, die dir helfen werden, wenn du im Kampf verwundet werden solltest. Direkt vor meinem Turm ist ein See. Von dort aus gibt es einen versteckten Zugang zum Tal. Warum darf der Kreis des Feuers nichts von dir wissen? Früher war ich mal ein hohes Mitglied des Kreises. Ich ahnte schon damals, dass die Dämonenmagie der Schlüssel zur magischen Barriere war. Aber die anderen Mitglieder dieses Kreises hätte ich nie von diesem Weg überzeugen können. Also habe ich den Kreis verlassen, um die schwarzen Künste zu studieren. Für dieses Vergehen gibt es in den Augen der Feuermagier, der geweihten Innos, der immer guten und rechtschaffenden, keine Entschuldigung. Sie wissen mit Sicherheit, dass ich noch lebe, aber nicht, wo sie mich finden können. Und das ist doch gut so. Wie geht's jetzt weiter? Wir machen weiter wie geplant. Eine andere Chance haben wir nicht. Du besorgst dir das Auge Innos und ich werde weiter nach den Antworten suchen. Zeig mir deine Ware. Uh. Bergkristallrolle der Wiederauferstehung. Leis. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. So, ich mache aber mal eben die... Musikleise aus. Musikleise aus. Musikleise aus. Oh. Laden wir nochmal neu. Und versuchen es nochmal, dass ich 500 Gold bekomme. Melia. Gut. Jetzt können wir entspannt starten. So, noch einen Stockweg nach unten. Warte. Äh. Hallo? Na? Bist du auch schon fleißig? Loll. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Oh. Heilkräuter. Gürtel der Kraft. Nice. Äh. Rüstung. Äh. Ah, hier. Alte Steintarfe. Ne, hier der. Stärkebonus von 5. Oh. Oh. Schlüssel. Ah. Von oben. So. Springen tut er aber ein bisschen. Okay. Das war es schon. Blö. So. So. Den hier. Lichtdolch. Lichtdolch. Nice, nice, nice. Ich freue mich schon auf Gothic 2. 2. Das ist fast genauso lange her wie Gothic 1. Okay. Okay. Das ist neu. Warte hier. Gilgamesch. Ah. Gilgamesch. Okay. Heidelbeeren. Oh. Oh. So viele Sachen. Oh. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh. 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 Dude. Oh. Stürzen Ich brauche Okay Oh, oh Nice Fluss Oh, man kann jetzt nicht mehr gegen Bäume laufen Nice Oh Gott Oh, oh 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 Oh Oh, oh 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 Ah, nice, nice, nice. Verdammt. 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 Dann machen wir hier oben weiter. Ja. Verdammt. Verdammt. Ah. Das war schockierend. 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 Ah, Gothic 2-Controls bedeuten besser als Gothic 1-Controls, meines Erachtens nach. Hoppala. 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 So. Lester, mein Freund. Diego, Milton und Gordon sind noch im Minental. Zumindest denke ich das. Ich bin auf dem Weg nach Korinis. Was weißt du über die Stadt? Korinis? Nun, es ist eine Hafenstadt, nichts Besonderes. Warum fragst du? Ich muss zu den Paladinen, die sich in der Stadt befinden sollen. So, tatsächlich. Du kommst doch noch nicht mal in die Stadt hinein, geschweige denn zu den Paladinen. Was ist passiert? Nachdem der Schläfer besiegt wurde, hat die gesamte Bruderschaft den Verstand verloren. Ohne ihren Meister waren sie alle nur noch leere Hüllen. Und du? Was ist mit dir? Mir ging es genauso. Ich hatte Albträume und sogar Halluzinationen. Aber ich bin geflohen, als ich wieder einen einigermaßen klaren Kopf hatte. Einmal glaubte ich, einen großen schwarzen Schatten zu sehen, der sich auf eine Gruppe Flüchtender stürzte und alles in einer riesigen Feuerwolke verbrannte. In dem Moment dachte ich wirklich, ein Drache wäre gekommen, um mich zu töten. Hast du noch mehr gesehen? Nein. Ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. Hast du einen Vorschlag, wie ich in die Stadt komme? Allerdings. Ich habe vor einiger Zeit für einen alten Alchemisten namens Konstantino gearbeitet. Er ist sehr einflussreich in der Stadt und hat die Torwachen angewiesen, jeden zu ihm zu lassen, der ihm seltene Kräuter verkaufen kann. Im Grunde ist es ganz einfach. Du sammelst ein großes Büschel Pflanzen, die hier überall wachsen und gibst vor, für Konstantino zu arbeiten. Dann werden sie dich passieren lassen. Sammeln aber nicht alles durcheinander. Die Stadtwachen sind ein bisschen dämlich und haben keine Ahnung von Alchemie. Das Büschel muss schon für sie nach etwas aussehen, wenn du damit durchkommen willst. Ich denke, zehn Exemplare ein- und derselben Pflanzenart sollten reichen. Danke für den Tipp. Du meinst Xardas? Ich wusste ja, dass er mächtig ist, aber dass er sogar einen Turm erschaffen kann. Xardas, der Dämonenbeschwörer? Er lebt in diesem Turm? Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt. Keine Sorge. Er war es, der mich aus dem Schläfertempel befreit hat. Er ist auf unserer Seite. Du musst Xardas von dem Schatten berichten. Es könnte wichtig sein. Du glaubst, es war keine Einbildung? Du meinst, da war wirklich ein... Drache, ja. Du steckst doch schon wieder mittendrin. Hab ich recht? Mittendrin würde ich nicht sagen. Noch nicht. Na schön. Wenn es so wichtig ist, dann werde ich ihn aufsuchen. Aber nicht jetzt. Für den Augenblick werde ich mich ausruhen. Ich bin noch immer erschöpft von der Flucht aus der Strafkolonie. Ich denke, du hast noch viel vor. Wir sehen uns dann später bei Xardas. Was weißt du über die Gegend? Wenn du den Weg weiter runter gehst, kommst du zu einem Bauernhof. Ein kurzes Stück dahinter fängt auch schon die Stadt an. Sei aber vorsichtig. Hier treiben sich nicht nur Wölfe und Ratten rum, sondern auch Goblins und Banditen. Ich will handeln. Was willst du haben? Oh mein Gott. Ich will handeln. Was willst du? Nice. Dann haben wir schon unsere erste Rüste. Coolio. Oh. Okay. Damit haben wir die Ratten erledigt. Okay. Okay. Damit haben wir die Ratten erledigt. Rostiges Schwert. 30 Stärkepunkte. Und wir haben Stufe 5, äh, Stärke 15. So, dann wollen wir mal wieder nach oben laufen und dann dem Weg weiter folgen. Und, ja. Aber wie viele Kräuter haben wir denn? 21 von irgendwas. Das sollte reichen. So, ab in die Höhle. So. So. Ab in die Höhle. Dunkelpilz. Aber weil wir ja Gossip kennen, speichern wir mal eben vernünftig. Waldbär. Das ist ein bisschen wie die Höhle. Ich würde wahrscheinlich irgendwie sterben. Die Höhle. Deine Höhle. Okay, die Goblins kämpfen gegen die Ratten. Oh. Das ist unser freundlicher Jäger aus dem Tal. Was ist passiert? Verdammt, ich weiß gar nicht, wo die sich alle versteckt halten. Du tötest einen und kurze Zeit später sind sie alle wieder da. Moment mal, ich kenn dich doch. Du bist doch der Kerl, der mich damals im Minental ständig um Pfeile angebettelt hat. Dein Name ist Cavallon, richtig? Ah, ich sehe, du hast mich nicht vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben in der verfluchten Kolonie. Wo willst du eigentlich hin? Zurück ins Minental. Wirklich? Hm. Ich wünschte, ich könnte dir folgen. Aber ich habe erst meine Aufgaben zu erledigen. Wenn du im Minental bist, schau doch bitte mal, ob meine alte Hütte immer noch steht. Ich würde gern eines Tages dahin zurückkehren. Interessante Rüstung, die du da trägst. Gehörst du nicht mehr zu den Schatten? Schatten? Die gibt es seit dem Fall der Barriere nicht mehr. In dem Moment, als wir endlich das Minental verlassen konnten, gab es für mich keinen Grund mehr daran festzuhalten. Ich arbeite jetzt für die Wassermagier. Ich gehöre zum Ring des Wassers. Mhm. Was machst du hier? Ich sitze hier fest. Wenn dieser verdammten Bandit nicht gewesen wäre, wäre ich gar nicht hier. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Mir ist es eigentlich nicht erlaubt, darüber zu sprechen. Alles, was ich tun kann, ist, dich zu Vatras zu schicken. Er ist der Vertreter der Wassermagier in Korinus. Am besten du redest mit ihm. Sag ihm, du kommst von mir. Vielleicht nimmt er dich ja bei uns auf. Wir brauchen dringend mehr gute Leute. Waren du und deine Leute damals nicht mit den Wassermagiern verfeindet? Die hirnverbrannten Zeiten von damals sind vorbei. Es gibt kein neues Lager oder altes Lager mehr. Jetzt, da die Sträflingskolonie nicht mehr existiert, ist jeder auf sich allein gestellt. Die meisten von uns ehemaligen Gefangenen werden immer noch verfolgt. Die Wassermagier konnten erwirken, dass mir meine Strafe erlassen wurde und ich mich jetzt frei bewegen kann. Oh, nice. Was machen die Wassermagier jetzt? Sie sind an einer großen Sache dran. Es geht um einen unbekannten Teil der Insel. Ein unbekannter Teil? Wo soll der liegen? Mehr darf ich dir nicht sagen. Sprich mit Vatras in Korinus. Okay. Was war mit den Banditen? Hast du die letzten Wochen verschlafen? Äh, ich rede von dem ganzen Gesindel aus der Strafkolonie, das sich hier in der Gegend breit macht. Plündern und Morden, was das Zeug hält. Nett. Kann froh sein, dass sie mich am Leben gelassen haben. Ich hab einen Moment nicht aufgepasst. Haben sie mir von hinten eins übergezogen. Keine Ahnung, wie ich jetzt meinen Kram wiederkriegen soll. Du wurdest von Banditen ausgeraubt? Ja, niedergeprügelt und den Goblins zum Fraß vorgeworfen haben sie mich. Es waren verflucht wichtige Sachen. Ein Brief und mein ganzes Geld. Ich muss es unbedingt wieder haben. Aber ohne Rückendeckung gehe ich da nicht mehr hin. Dieses feige Lumpenpack. Kann ich dir bei der Sache mit den Banditen helfen? Vielleicht. Aber so abgemagert, wie du aussiehst, hast du seit Wochen kein richtiges Schwert mehr in den Händen gehalten. Nun. Ich hab wohl keine andere Wahl, als dein Angebot anzunehmen. Meine Zeit wird knapp, also pass auf. Den Weg hier runter ist eins dieser dreckigen Erdlöcher, in denen sich die Banditen gerne verstecken. Die Kerle dort sind genau die, die meinen Kram gestohlen haben. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, und dann schnappen wir uns das Luft. Okay. Ich brauche bessere Ausrüstung. Sehr viel haben die Schweine mir nicht gelassen. Ich kann dir ein Wolfsmesser geben. Reicht dir das erstmal? Messer ist gut. Aber wie steht's mit Heilung? Ich hätte hier noch zwei Heiltränke. Interesse? Klar, her damit. Okay, nice. Blauflieder. Oh. So, Lederbeutel. Okay. Okay. Da ist nichts zu holen. Nope. So, aber ich würde sagen, für heute war's das. Ähm. Und morgen spielen wir dann weiter. Also, ich freue mich schon. Ich habe lange Gossip 2 nicht mehr gespielt. Ich glaube, ich habe zwischendurch nochmal öfters Gossip 1 gespielt als Gossip 2. Und ja, also ich freue mich da sehr drauf. Und so können wir dann erstmal, äh, morgen weitermachen. Dann haben wir heute erfolgreich Gossip 1 beendet. Und ja, dann gucken wir morgen mal weiter. Also, ich wünsche allen Verbliebenen noch eine gute Nacht. Schlaft gut. Und ja, dann morgen geht's dann weiter. Ich versuche mal relativ früh online zu sein, weil morgen habe ich nichts auf dem Schirm. Und ich muss morgen früh ins Bett. Also nicht bis um halb eins, sondern eher bis um zehn. Und deswegen denke ich mal, dass ich da morgen früh anfangen werde. Also, gute Nacht euch allen. Danke fürs Dabeisein. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis morgen. Ciao. Auf Wiedersehen. Bis Brokkoli. Tschöriö. Tschöriö. Tschöriö.